Eine Sekunde, jetzt kommt die Sekunde zurück zu einem weiteren atmosphärischen Menü und damit mache ich den Sound auch lauter. Es ist soweit, wir bekommen Soundbugs, wunderschön. Okay, nein, wir spielen endlich, endlich Madison. Ich habe tatsächlich ein sehr, sehr gutes Gefühl, ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl bei dem Spiel. Ich weiß, es ist auch sehr, sehr beliebt zu Release, aber von dem, was ich gehört habe, ist das tatsächlich sehr, sehr solide. Und ich hoffe mehr oder weniger auf ein Visage, was ich aber diesmal gut finde. Weil Visage hat mich ja so ein bisschen enttäuscht, weil es sehr viele nervige Elemente drin waren, sich das sehr gezogen hat. Aber das hier, ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Ich habe, wie immer, natürlich mich jetzt wenig informiert. Ihr wisst es. Wie sind die Reviews mittlerweile? 86%. Sehr, sehr gut. Hat weniger Reviews als Mods Resistens. Ich dachte, es wäre viel, viel, viel erfolgreicher gewesen. Okay, liegt vielleicht am Preis. Ich meine, es kostet 40 Dollar, was ziemlich viel ist, möglicherweise für ein 2-5 Stunden Spiel um den Dreh, würde ich sagen. Shoui hat, glaube ich, 6 gebraucht oder so, aber Brofist raus geht an Shoui. Aber ich meine, man weiß ja Bescheid. Andere haben so 2-3 Stunden gebraucht, wie immer. Ich habe tatsächlich von den Entwicklern die PS5-Version zugeschickt bekommen, weil es gibt halt nur die Konsolen-Version, glaube ich, auf Disk. Ich habe halt trotzdem noch den Key für Steam bekommen und sowas. Aber unabhängig davon, ihr wisst, wie immer, ich bewerte das trotzdem hart, neutral. Aber ich hoffe auf sehr guten Mainstream-Horror. Das ist so meine Erwartung. Ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt ein super, super artsy, surreales Story-Game mit genialem Writing und sowas bekommen. Ich hoffe einfach nur auf wirklich soliden, gut gemachten Mainstream-Horror mit ein paar guten Scares, mit guter Atmosphäre. Und was wirklich niedlich ist, die Entwickler haben mir für die Story des Spiels, Moment, ich habe hier eine coole Seite, habe ich so ein Kinderbuch. Ich hoffe, man sieht das, wenn ich sie gerade bei mir kann. Ich habe mir so ein Kinderbuch geschenkt bekommen, was ein bisschen die Story des Spiels vorerzählt. Ich beweg es ein bisschen, weil irgendwann, wahrscheinlich reflektiert es die ganze Zeit, vielleicht gibt es irgendwo einen Frame, wo es gut aussieht. Und das riecht niedlich. Und das erklärt dann irgendwie, dass es in erscheinendem Spiel ein Monster gibt, was seine Augen verloren hat und jetzt in diesem Haus lebt und frustriert es und Angst vor allem hat, was da ist. Und deswegen greift das alles an. Ich weiß nicht, wie viel es mir eine Story zu tun hat, keine Ahnung. Und wir können das Haus eröffnen, denn ich habe den Key. Das ist wirklich ein richtiger Key. Das ist cool. So, das werde ich jetzt hier hinlegen und fünfmal den Joke machen. Warum kann ich die Tür nicht öffnen? Ich habe doch den Key. Elmao XD Roffel. Ich bin so funny, Mann. Okay, das Menü finde ich aber ziemlich atmosphärisch. Ich habe es schon mal auf Untertitel, technisch auf Deutsch gestellt. Die Sprachausgabe ist trotzdem auf Englisch. Blablabla, whatever. Ihr wisst Bescheid. Und jetzt gehen wir in den Geschichtsunterricht, würde ich sagen. So, ich nehme noch einen Schluck zu trinken zu mir. Mhm, mhm, mhm. Und ich hoffe, ihr habt alle was Schönes zu trinken. Was Schönes zu snacken. Und wir beginnen mit, was sind Extras? Kamera Skins. Habe ich irgendeinen davon? Weil, Eiche. Bäh. Alright, cool. Whatever. Haben wir das halt. Gut, wir beginnen mit der Story. Ich weiß nichts. Ich habe kein Gameplay davon gesehen. Gar nichts. Eigentlich was ich über die Story weiß, dass was aus dem Kinderbuch hier, was da drin zu sehen ist. Aber sonst, I don't know. Das Menü wirkt sehr Resident Evil mäßig, finde ich. Von den Sounds her, von den ganzen Settings, von diesen Strichen oben und unten. Ich bin mir nicht sicher, ob das cool ist oder ob das dann vielleicht eher frustrierend ist, wenn man Gegenstände nicht sieht, die man da einsammeln kann. Wie schön ist das nochmal? Wir wollen ja vor allem den Horrorfaktor hier analysieren. Und ich glaube, bei so einem Game ist vielleicht, ich glaube nicht, dass es viele Kampfsegmente oder sowas hat. Aber ich glaube, man muss ab und zu irgendwelche Geister fotografieren und sowas. Aber ich will halt nicht jetzt irgendwie eine Stunde irgendein Item suchen. Bei Spielen mit Combat mache ich natürlich immer lieber auch schwer. Weil es der Experience dann meistens ein bisschen besser tut. Aber wir schauen mal. Okay, es wirkt alles extrem hochwertig, finde ich. Das Spiel ist anscheinend von zwei Leuten entwickelt. Über, ich glaube, einen Zeitraum von Jahren. Und ich bin mir nicht mehr sicher. War Madison nicht auch von vor sechs, sieben Jahren irgendwie? Gab es nicht schon die ersten Trailer zu oder sowas? Oder war das? Nee, es war Allison, oder? Boah, ich weiß nicht mehr. Es gab so viele PT-artige Horrorgames. So PT-Geisterhausartige Horrorgames, die vor fünf bis zehn Jahren überall Trailer irgendwie rausgeworfen haben. Denn aus den meisten ist nie was geworden. Aus manchem vielleicht doch. Vielleicht ist Madison eins davon gewesen. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Es gab zu viele von denen, die man auch irgendwann aus dem Blick verloren hat. Alright, alright, alright. Bin sehr gespannt. Oh, oh mein Gott. Oh, mein Kopf. Oh mein Gott. Und Fotos von abgeschnittenen Armen und Beinen. Okay, unser Dad will das in unser Zimmer holen, wir haben anscheinend unsere Familie getötet. What the fuck happened hier? Ich hab's mitgenommen. Alright, alright. Starker Start. Äh. Von dein Cousin Romeo. Okay, ja. Weiter. Kann ich's öffnen? Nee. Hab ich kein Licht? Sonnenkiste. Alright, wir starten direkt hier im Horror, ja? Wohl kaum das, ne? Okay, okay. Hier? Ich muss einen Handel finden. Okay, wir spielen das irgendein Teenager, Junge, ne? Einen Handel brauche ich. Wo könnte das denn sein? Was ist denn draußen denn? Achso, das ist Regen. Das sind Sterne. Ich kann's nicht sehen. Dad, bitte, 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 sprach mit mir. Ich verstehe nicht, was passiert. Dad, stopp. Du machst keinen Sinn. Ja. Also entweder wollen wir nicht wahrhaben, was wir getan haben, wir können uns nicht daran erinnern, oder wir waren's halt wirklich nicht. Bei der Story kann's wirklich gut sein, dass wir irgendwie von irgendwas übernommen wurden. Wollt das Licht hier auch nicht aus dem Fernsehland machen, na, das ist auch das Licht. Ja, okay. Okay, wo ist hier? Starkes Opening. Was ist das? Was ist denn mit Rotieren gemeint? Ah, Mausrad. Oh, okay. Äh. Was? Was ist denn bringen? Öffnen wir damit irgendwas? Ich bin mir unsicher aus, dass... Ach, vielleicht ist auf dem Brief irgendwas drauf? Jetzt ist das Licht hier. Ne? Ich will mir nicht einsehen, dass ich hier nicht öffnen kann. Bisschen komisch. Ist hier hinter vielleicht was? Ah. Dazu. Okay, fies versteckt, hallo. Nee? Ja, nee. Alter, wake the fuck up. Oh, das ist... Ja, okay. Ja, das war die Lösung für das Rätsel. Ich brauch noch... Moment. Mhm. 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 Solider Start. 140 IQ, by the way. Okay. Ja. Vielleicht eher damit. God fucking damn it. Okay. Das schneide ich nicht auf. Das bleibt drin. Das ist... Ja. Hörst du die auch auf? Kann ich mich hinknien? Ich will zuhören, weil das Voice-Acting ist ziemlich solide und es wirkt auch sehr interessant. Warum ist das mit mir passiert? Bitte, bitte. Gib mir meinen Sonn zurück. Ich will meinen Sonn zurück. Oh, ho, 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 ho. Intensiv, ey. Schlau. Komm schon. Vielleicht kann ich durch das Haus rauskommen. Ich... Ich muss rauskommen. Äh. Okay, so. Probierst du noch mal mit dem Griff, Rapti. Vielleicht geht das ja. Kommt der da durch? Mach lieber zu. Okay, die Türen sind... Ich muss jetzt gucken. Ja. Ich glaube, ich hab die schon... Ja, weil irgendwie die Türen reagieren. Also alle Gegenstände, die ich halt bewegen kann, reagieren super langsam. Ich muss einen Weg finden. Bevor Dad er merkt, dass ich hier bin. So, er ist bestimmt hier. Okay. Keine Ahnung. Sag, du es mir. Ja. Ich benutze... ...jeden Gegenstand überall. Okay, okay. Was haben wir hier? Nichts, 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 nichts. Nichts. Warum so still? I don't trust this shit. Was stimmt hier nicht? Ich will zurückgehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Bezweifle stark. Oh, no, 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 no. Okay. Okay. Mal hinter mir. Irgendwas getriggert? Ja, die Tür ist offen. What damn it. Ich rechne damit, dass es das fucking Opening Segment ist. Ich weiß nicht, dass ich gleich sowas zum Gejumpscared werde und dann das richtige Spiel beginnt oder sowas. Meine... Meine Geburtstagabendung? 16. Geburtstag. Wie kam es hier? Mom, Dad, and... Also, kann ich es, äh... Lesen irgendwie? Ne. What? Okay, 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 okay. Ich will ein Foto in die Hand nehmen. Nee, 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 nee. Okay, okay, okay. Nee, nee, nee. Das ist nicht so gedacht. Oh, das ist im Spiegel. Ist gut gemacht. Oh, das ist creepy. Dann machen wir hier mal lieber zu. Warum ist das... Ich verstehe nicht ganz, wie die Türen funktionieren. Oh, das ist... Okay. Was ist das? der Notarie mit Multiple Mörder. Und, nachdem in vielen Offenbarungen der Familie ausgesucht hat, niemand hat die Person mit ihrer Kamera geprägt. Für die Zuschauer, die nicht mit der Geschichte kennenlernen, Madison Hill hat ihre eigene Familie gebrannt, eine Wettbewerb-Therapie. Sie wurde dann fatig in den Kopf von einem Polizistiker verletzt, um zu verabschieden. Und jetzt von Madison. Okay. Irgendein Haus... Ich schätze, das Haus hier. Hat man da Madison gehört? Vielleicht ist das Madison? Wie ihre Familie geopfert hat? Und anscheinend gehörte eine Kamera auch in irgendeiner Form dazu. Grandpa ist so wie Dad. Dann gehen wir erstmal weiter. Ah, können wir nicht. Aha, das ist der Kind ich ab. Das Sound-Design ist stark, ey. So, ne. Ähm... War hier ein Datum drauf? 1968. Ich wüsste nicht, warum das... Ich mein, vielleicht schon. Vielleicht ist das ja das Zimmer von Opa oder sowas. Ja. Äh... Wie mache ich das? Achso. Äh... 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 Nein? Ich muss das mal rausgehen. Ich muss das mal rausgehen. Ich muss das mal rausgehen. Schau mal rein. Schau mal rein. Licht zieht an. Sehr schön. Schöne Sache. Ja, unser Protagonist ist... Hat eine starke... starke Stimme, finde ich. Sehr atmosphärisch. Äh... Er hat mich jetzt auch überrascht. Nichts machen. Äh... Cool. Cool. Äh... Von wo kommen diese Sounds mal die ganze Zeit? Ist wirklich spooky. Irgendwie ein Datum drauf? Ja. Aber 1968, oder? 1968. Aber das... Ich meine... Warum sollte es das auch sein? Soll ich einfach nur ein... Irgendwie ein Datum? Wohl im Fernsehen irgendwas gesagt? Steht hier was. 1987. Okay. Vielleicht. Muss ich nachmachen was eigentlich? Muss es vielleicht Pixel Perfect sein? Wäre jetzt ein bisschen fies, ne? Ne, okay. Es klickt bei jedem. Ach, ich kann das... Oh. Ah, nevermind. Okay. Es hat mir nichts angezeigt. Ich dachte, ich kann da nicht durch. Oh fuck. Kann ich mir die Lichter anmachen? Es ist so scheiße dunkel. Oh Gott. Was soll ich hiermit? Was hab ich damit wirklich... Ey, Alter. Okay, okay, okay. Ist aber rough. Ne. Hier mehrere Schlösser. Ja, okay. Also muss ich einfach wirklich zurück gehen. Ja, okay. Das ist ne gute Idee ist, man. Weiß ja nicht. Geht nicht, oder? Ja, ist doch besser so, man. Das ist wahrscheinlich besser so. Ach, ich kann damit... Oh, okay, okay. Dann... Dann... Ich sollte einen Nacken oder etwas finden, um ihn mit zu hängen. Einen Nagel? Oh nein, nicht das Ding schon wieder. Oh fuck, nein. Hä? Okay, es ist stark atmosphärisch. Es gefällt mir. Kein Kommentar von soem Charakter. Finde ich gut. Überraschend viele Animationen für jeden Scheiß. Fassen so, ne? Es ist... Für mich beeindruckend. Wieso tun wir das überhaupt? Was soll uns das bringen? Wollen wir da jetzt ein Foto von machen, oder so? Ja. Ja, 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 ja. Was sehen wir da? Oh, der zeigt auf uns. Oh, gut. Hinter uns, die Tür... Oh, okay, okay. Ah... Ist das das alte Arbeitszimmer von unserem Opa? Dem die Kamera anscheinend gehört hat? Cool, 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 cool. Okay. Was ist unser Dad? Oder nee, oder doch? Ach, das ist der Raum, den wir eben gesehen haben. Okay, okay, okay. Äh... Dad sagte, er war im Haus der Papa. Aber außerdem hat er diese Frau beschäftigt. Was ist passiert? Hm, okay. Madison Hale, 43 Jahre alte Serienmörderin. Serienmörderin Madison Hale wurde vom Polizeibeamten Russell erschossen, der kürzlich bezeugt hatte, sie dabei ertappt zu haben, wie sie ihre Opfer in einem Brunnen ihrem Besitz verstümmelte. Madison Square vor der Stunden vor ihrem Tod. Obwohl ihr in den Bauch geschossen wurde, überlebte die Mörderin noch für einige Stunden. Gestellt und ermordet. Bis zu vier Menschen ihr Körper involviert. Die Polizei fand verstümmelte Körperteile in ihrem Keller, der in Beschreibung nach aussah wie aus einem Film. Vier zerstückelte Leichen wurden in Hales Haus gefunden. Augenscheinlich gab es vier Opfer. Hexerei oder Geisteskrankheit. Beweise für eine Geisteskrankheit wurden im Haus der 43 Jahre alten Bärzner Hale gefunden. Anscheinend wollte sie ein finsteres Ritual durchführen, bei dem womöglich Menschen ermordet und zerhackt werden wollten. Polizei. Dann schluss das mit mal zu, ne? Keep away from children. Ach, da war ein Schlüssel drin. Alright. Hat das gelesen oder ist das an der Seite? Ja. Tötete ihre eigene Familie während einer Hexenzeremonie. Man mag es kaum glauben und 43 Jahre alte Frau wurde dabei ertappt, wie sie Bilder aufnahmen von einem ihrer. Hm. Körper ihrer Opfer in einen Brunnen geschmissen. Tötlichen Schuss im Bauch. Und hier hat Fotos von denen gemacht. Also es wiederholt sich auf jeden Fall wieder die Story. Ja. Polizeibeamter Russell. Was war der Name von unserem Opa? War das Russell? Haben wir irgendwas? Na ja, ne? War das Russell? Kann mich nicht dran lernen. Aber kann sein, dass er vielleicht halt Polizist war zu der Zeit und das alles mitbekommen hat? Äh. Ne, das ist falsch. So war ich eben noch gar nicht. Hier war ich. Oder? Ne, doch, hier. Okay. Und der Eintritt ist frei. Laut den Worten der Priester wollen wir versuchen, Madisons Seele mit göttlichem Licht zu erfüllen, damit sie die Tore des Himmels erblicken mag. Das lief wohl nicht so gut, ne? Gehe ich mal von aus. Okay, also vielleicht hat unser Opa die Kamera mitgenommen, nachdem er den Fall hier mitbekommen hat. Und hat er mitbekommen, dass da vielleicht irgendwelche seltsame Sachen passiert sind. Und dann hat er sich mit dem Fall ganz viel befasst, oder so? Abgeschlossen. Ja, das... Ja, natürlich nicht, aber man kann's ja mal versuchen. Eigentlich irgendwas noch machen sonst. Hier, öffnen. Priester Thomas? Ja. Ich hoffe, das wird Ihnen nützlich sein. Seid bitte vorsichtig. Denke daran, worüber wir gesprochen haben. Ich manipüle mich wieder so schnell ich kann. Ich weiß, dass Bandaufnahmen altmodisch sind, doch ich bin nicht so gut im Computer. Kann ich's mitnehmen? Ne. Okay. Letztlich hören wir uns das mal an. Wo ist denn... Irgendwas zum Abspielen davon. Hier wohl kaum, ne? Was haben wir jetzt alles? Wir haben... J-Schlüssel. Hierfür? Nein. War da ein J drauf? Wenn da stand irgendwas... Naja. Naja. So ein Zungenschlüssel? Naja, okay. Also für irgendwas anderes. Wir haben irgendein neues Datum rausbekommen, was es sein könnte. So als 1987, ne? J. Was ist denn gewesen sein? Ist doch nicht mal ne Tür. Ja die, aber... Das wird ja nicht gewesen sein. Okay, also hier... Wir haben vielleicht auch irgendwas dahinten noch drin. Oder ist irgendein Datum, was jetzt irgendwie relevant sein könnte? Stimmt hier mal was? Ah. Elf. Was? Nee. Das wird's nicht sein. Doesn't make sense. Will ich wieder anmachen? Äh. Okay, die Tünen, die wirklich abgeschlossen sind, kann ich glaube ich auch nicht benutzen, ne? Da kann ich jetzt auch nicht versuchen, irgendwie reinzustecken. Wahrscheinlich gehen die einfach nie auf. Achso. Na gut, das ist natürlich simpel. Alles? Mein Notbuch. Also, Dad ist derjenige, der es von mir abgeholt hat. Warum? Es ist leer. Ach, ich kann da Sachen nennen? Äh. Okay, aber... Wie will ich denn damit? Das Bein von Schwester, Arm von Mom, Topf von Dad. Okay. Sure. Und warum hängen überall die Bilder von der Frau, ne? Fragwürdiges Verhalten, könnte man sagen. Definitiv fragwürdiges Verhalten. Fragwürdiges Verhalten. Okay. Wie will ich denn da machen? Wie will ich denn da machen? Wie will ich denn da machen? Oh, Mann. Wie will ich denn da machen? Wie will ich denn da machen? Ich glaube, das Spiel geht wirklich jetzt einfach so weiter. Es ist ziemlich cool. Es ist ein sehr gutes Setup. Ah, okay. Gern wir hier. Das ist das Ding, was ich auch immer im Kinderbuch da hatte. Das ist dieses Wesen, was deine Augen verloren hat und anscheinend seitdem in irgendeinem Haushalt frustriert rumläuft und verzweifelt ist. Irgendwas? Ich will eigentlich auch nicht. Wenn ich hier irgendwie... Ich sehe zu wenig. Ich werde es mir in den Generator anmachen. Läge ich da irgendwas auf dem Bild? Alright. Gut, wo ist der Keller? Kann ich hier was anmachen? Ich meine, wir haben kein Strom. Wie? Irgendwie eine Speicherstelle oder sowas? Nein? Okay. Fuck, es ist echt dunkel. Alright. Gut. Keller. Äh. Halt. Aber alle an? Nee. Du? Okay. An. Aus. An. An. Aus. An. 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 Aus. An. Sehr schön. Sehr gute Ambien- Sounds auch im Hintergrund. ist alles sehr sehr atmosphärisch ja klar was auch mal stück ich meine ich nehme es mit nur wird schon für irgendwas irgendwas gebrauchen sein ja die vergleiche mit visage verstehe ich auf jeden fall es ist schon ähnlich aufbaut eine ähnliche atmosphäre aber es wirkt bis jetzt viel stärker so ist es cool 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 okay das klo wurde zugekettet mit dem do not use zeichen darauf ja das haben wir eben schon ich glaube nicht mit dem hammer oder sonst ja das tape ist es ne ok der hammer hätte ja sein können aber nein wir kombination rechts links das soll ich nicht lesen können ok schauen wir uns erstmal weiter oben wir haben jetzt ja es ist aber cool es sind anscheinend immer sehr große puzzle gebiete wo ich einfach ganz viele sachen auf machen kann es wirkt tatsächlich jetzt ein bisschen wie wie der anfang von racing evil 7 oder mehr oder wiegen die demo davon weil dieser puzzle partner im haus war wenn das so bleibt stark das ist echt groß ne cool ok darf ich nicht reingucken schätze ich schätze ich kann ich anmachen ja aber ist das gut ist die frage ja aber ist das gut ist die frage 9 uhr 9 uhr ein tipp vielleicht ich meine ich schaue mich erstmal überall weiter um vielleicht finde ich irgendwann noch ein paar gegenstände und dann versuche ich rätsel zu lösen ich habe das gefühl ich muss erstmal alles einsammeln was es gibt dann schauen wir erstmal jeden raum hier ein bisschen durch ja und mit ziemlich vielen sachen interagieren ne ich verstehe mir nicht genau wie die türen funktion- äh die sachen funktion nicht öffnen kann ah ah was ist das für ein key dreieckschlüssel ja vielen dank ich hoffe ich muss nicht über einem stress aus öffnen es ist so klanky es war so schön haben wir beide hausen verbunden haben wir konnten mit dem grämpfe jeden morgen mhm ok ja euer familienhaus und das vom opa waren eben verbunden ist ja die frage in welchem der beiden häuser kann ich jetzt benutzen in welchem der beiden häuser der scheiß passiert das mit der madison vom moment of first contact it is already too late when the demon attaches itself to a human demons? it becomes a parasite of sorts it feeds from the host until it devours every last part of their soul in most instances the demons relentless objective is to get back to the world of the living if you want to break that link well I'm afraid it's no simple matter I could speak at length about various rituals and procedures but by far the best way is to obey help the demon attain that which it seeks must be right then only then will the demon leave of its own accord usually they enter the earthy plane through certain objects that they use as conduits between worlds even if you rid yourself of that object later the demon has made the contact it needs and already walks among us among us in the first stages of possession the host human tends to withdraw from friends and family becoming aggressive even violent this is the result of the spiritual battle between the host and the entity both vying for control over the mortal body the symptoms that indicate that the possession is progressing are dizziness, nausea and headaches the latter of which can be so intense as to render the host unconscious for days the dark entity manipulates its host with visual hallucinations and voices in the mind destroying the sanity of the host is for the purpose of making them I can't believe that I have contacted this place this is how the demon fully exerts its insidious control oh, and before I forget several cases of possessions or strange behavioral patterns in nearby insects cockroaches in particular my advice steer clear of the insects all right there's just no way I can't be possessed there must be a mistake those pictures, that leg, that arm, I didn't do it dad thinks it was me, but I I oh god my head a door a door a red door what's happening to me is this what that man was talking about it can't be happening to me hey cool, 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 cool okay, aber war das eben die Stimme was could it be the basement door wir zeichnen die Sachen selbst ab und zu wir scribblen die wahrscheinlich, ne aber wir raffen nicht ganz, dass wir da machen cool, was ich nicht ganz gerafft habe, ist das die Stimme von unserem Opa gewesen, der das alles dokumentierte, oder war das einfach eine fremde Person, das hab ich jetzt nicht ganz mitbekommen, aber ich hab mir mehr oder weniger, mehr oder weniger egal mal aber gut, also anscheinend haben wir halt wirklich unsere Family getötet und waren uns zur Zeit bewusstlos, weil wir übernommen waren, zumindest soll man es jetzt da denken, ist halt die Frage, ob das wirklich so passiert ist, aber ich sag, okay, runter basement door ist das hier nicht basement? Ich wär nie wirklich da ist, weil keiner oh god durch ach du scheiße, das geht ey, bis jetzt ist das richtig gut auf unter okay, wir können das äh, oh Ach, das ist der Brunnen von dem... Was ist das Ort? Wo meint das denn ihre Familie reingeworfen hat? Das ist unmöglich. Was ist... was ist falsch mit mir? Nein, nein, nein. Okay, aber hier war doch... Oh, fuck. Ich habe sie schon gesehen. Das war nicht irgendwas gesagt. Acht links? Ne. Na, fuck, das stand irgendwo oben, aber ich weiß es natürlich nicht mehr. Hier muss man... Hey, hey, okay, das Spiel ist komplex. Ich kann sehr viel Shit einsammeln. Echt, Kollege? Das sind viele von denen. Okay, alright. Warte, kann ich Fotos? Kann ich meine Fotos wegwerfen? Ich habe 8 von 10 Fotos angeblich. Mal gucken, wie meine Fotos hier loswerden können, die ich nicht brauche. Was mache ich denn mit denen? Ja, ich meine, ich kann Fotos von Sachen machen auf jeden Fall. Mit dem dann merken, was ich irgendwo gesehen habe, ne? Ich glaube, das wird ein wichtiger Teil werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir gleich irgendwie, wenn wir denken, dass wir hier gerade ein Puzzle-Part machen und gleich hier rausgerissen werden. Aber ich fände es auch sehr stark, wenn es so bleibt. Das ist ein sehr guter Aufbau bis jetzt. Alright, wo war das? Das war... Oh Gott, ich habe mehrere Symbole irgendwo gesehen. Geht das zu? Warte mal, aber heißt das, ich kann das? Vielleicht muss nicht jede Tür fotografieren, oder? Nein. Ja, das ist nix. Ja, jetzt ist halt die Frage... Soll ich das halt mit jeder Tür versuchen? Naja. Könnte halt irgendwann ein bisschen nervig werden, aber ich glaube, wir müssen es auch nicht machen. Kann ich hier reingucken jetzt? Ach, das ist die Tür, die... Ja, okay, das ist der Raum, die eben versucht, auf reinzukommen. Mit mich da dran? Ich glaube nicht, dass ich das nicht erreichen kann. Okay? Es ist zu hoch hoch. Alles klar. Ja, und es wird gesagt, dass halt irgendwie der Dämon in irgendeiner Form auf komischer Weise die Kakerlaken anzieht und man von denen eher wegbleiben sollte. Hierfür könnte der eine komische Schlüsse sein. Nee. Nee, komm, Schaufel. Vielleicht kann ich mit der Schaufel das To... Oder das To... Das Klo freischlagen? Grandma and Grandpas Room. Hier probieren. Nee. Okay, ich lasse es dann jetzt erstmal. Vielleicht muss ich da auch ein Foto machen. Nee. Nee, nee, nee. Nee? Okay. So, hier war das. Äh, nee, das hat auch nicht... Ich kann ja gar nichts eingeben, oder? Das ist einfach nur... Ja, ich muss wieder draufschlagen. Maximal. Was hat das hier? Acht links. What the fuck? Ich glaube, es ist einfach Ambience. Ich glaube, ich kann die irgendwie ignorieren. So, ich meine aber... Warte, kann ich noch zurück in das Haus und vorher? Was ist denn? Ein Foto von mir? Rote Sammelgegenstände. 21. Keine Ahnung. Das sind wahrscheinlich Collectibles, ne? Je mehr ich davon finde, umso besser. Weil ich meine, hier war doch irgendwo was markiert. In dem... Ja, genau. Hier. Äh... Was? Haben wir hier von mir ein Foto? Etwas wackeln zeichnet, dass es gut war. Dass ich mir das merken soll. Vielleicht, ne? Aber hier sind noch mehrere Daten. 2001. Vielleicht ist eins von den Daten der Code für da drüben. Maybe, ne? Aber okay, probieren wir erstmal da unten jetzt den Scheiß aufzumachen. Vielleicht... Haben wir jetzt ja in irgendeiner Form ein Code. Also, Überraschung komplex, finde ich gut. Weil so Mainstream Horror rechne ich eigentlich selten mit... Irgendwas weiter hier. Mit, äh... Richtigen Puzzles oder so. Ich finde es auch nicht super schwierig. Aber ich meine, dass man halt wirklich ein Foto davon machen muss und sich das Spiel da angucken muss, ist jetzt mehr, als ich erwartet habe in so einem Spiel. Typisch wäre halt eher einfach nur, keine Ahnung, scheiß Schlüsse zu finden, dann machst du es nur auf und fertig. Na gut, so. Sehe ich auf dem Bild irgendwas? Was ist hier ein... Wie viele von denen sind das? Drei oder vier? Zwei auf der Seite. Ein... Ist das offen? Ja, okay. Eins hinten. So, gut. Kann ich mir... Was ist das hier eigentlich? Sonnenkiste. Ja, der Kopf von Dad fehlt noch. Den musst du wohl noch holen. Äh... Ja, was? Achso. Drei Fotos. Kelch. Schaufelding. Zwei. Aber was ist wo? Drei Fotos drumherum. Sehe ich hier Fotos auf dem Boden liegen? Ne, ich sehe überall Fotos liegen. Das hilft mir jetzt auch nicht unbedingt. Was ist jetzt wo? Ist es vielleicht egal, wie rum ich das mache? Kann sein. Okay, wenn hier die zwei ist. Links daneben Kelch und dann rechts daneben die Schaufel. Ne? Ja, mach ich hier mal die Schaufel hin. So ein Schaufelding. Das ist ja, ne? Und hier den Kelch. Ey, es ist wirklich ein Reach, ne? Ich bin mir echt unsicher, ob das doch nur annähernd richtig ist. Ja, tatsächlich. Wie war das jetzt richtig? Oder war das... Nun Spooky Sound. Ne, doch. Oh. Ey, stark. Cool. Solides Rätsel. Ich hab sowas mit Durchbrechen, Alter. Ja, tot ja. Hm. Warte damit jetzt? Ja, das war jetzt... Ist das nur für den Achievement oder brauche ich halt dieses kleine Stück für irgendwas? Strange, strange. Er war wirklich... Ich, äh... Ich meine, ich bin dafür bekannt, viel zu meckern. Aber ich bin grad sehr, 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 sehr deep drin. Sehr atmosphärisch. Cool. Interessiert, wo's hingeht. Aber vor allem finde ich, äh, puzzle-technisch... Und erkundungstechnisch das Spiel gameplay-mäßig richtig stark bis jetzt. Ja. Und ich mag die Charaktere. Für die Story solider. Geht in eine sehr gute Richtung. Und hier... Ich weiß doch nicht, warum kaputt... Was kann ich mit einer kaputten Schaufel machen? Ja, ich finde... Für was ist realistisch denn kaputte Schaufel gut, für die normale Schaufel nicht brauchbar wäre? Vielleicht soll ich das Ding einfach nur reparieren und einen Metallstab dran stecken. Das kann ich mir vorstellen, damit ich halt irgendwie ein stärkeres Tool hab. Aber wie kann ich da was denn dran binden oder so? Ah, was ist hier denn? Da? Ne. Ich weiß nicht, warum ich absolut jeden Gegenstand probiere, aber ich mein, hey. Man kann's ja mal testen, ne? Wieso ist das denn die Lösung gewesen? Oh Gott, ich mein, ich mein, es ist halt das Problem, wenn man so ein für alles benutzbares Tool hat, ne? Was halt im Endeffekt einfach für alles eine Lösung sein kann. Oh Gott. Huhu. Oh Gott. Oh, oh, oh. Der Schmuck. Das Wasser ist... ...dischössig. Ja, das glaub ich dir. Ich mein, ist im Endeffekt nicht unbedingt schlimm, weil das Spiel halt ein sehr langsames Pacing hat. Dadurch kann man halt auch ein bisschen rum... ...rumlaufen und einfach versuchen, irgendwelche Lösungen zu finden. Aber ja. Ich mein, von random Sachen ein Foto machen. Okay. Ich hab da schon ein Foto vorgemacht. Ich hab da schon ein bisschen rastisch. Ich kann es nicht einfach öffnen. Nee? Vielleicht hat da sind andere Fotos drin, ne? Mondkiste. Ist sonst irgendwas drin? Oh. Policetape. Ich will hier ein Foto von machen. Ich war da nicht. Ein zweites Mal. Ja. Officer Russell? Kann ich das denn machen? Das blinkt, wenn ich auf bestimmte Punkte zugehe. Ja, ne? Ja, hier ist irgendwas. Alright. 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 Du musst ja auch wieder was finden, in der richtigen Stelle. Du musst einfach nur warten. Und es liegt lautstark des Geräusches. Ich bin mir unsicher, wo ich stehen soll. Hier. Ich muss ja nicht die Richtung gucken, oder? Du musst ja hier ein Foto machen. Kann ich mir eine Kamera auswählen? Ich dachte ich kann mir den Gegenstand nicht wechseln. Okay, okay. Schönes Bild. Ah, ich muss mehrere Fotos davon machen? Weil damit sehe ich, wo das Ding ist und dann... Okay. Äh, jetzt nochmal. Das Ding ist kaputt. Okay. Ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier. Dünn 17, 1987. 5.27 Uhr. Jetzt bin ich in Madison E. Halt. Ja, du? Ja, du? Ja, du? Ich kann sehen, dass es ein... ...es Kiel ist in der Mitte des Rucks. Oh, sieht aus wie es öffnet ist. Ich werde weiterfühlen und sehen, was auf der anderen Seite ist. Oh Gott, es ist ein... ein horrendes Schmuck, der hier unten kommt. Oh Gott, ich kann es fast nicht nehmen. Oh Gott, ich kann es fast nicht sehen. Oh Gott, ich glaube, ich habe die Menschen verletzten. Oh Gott, ich glaube, ich habe die Menschen verletzten. Ja, sie sind alle mutiliert. Legs, Farms, sie sind überall. Ich kann es nicht sehen, Madison. Ich glaube, sie ist nicht hier. Oh Gott, ich muss hier rauskommen. Oh Gott. Was war das? Ich glaube, ich bin nicht alleine. Es gibt definitiv jemanden hier. Ich mag das Storytelling auf jeden Fall. Das ist gut gemacht. Was ich bis jetzt nicht so mag, ist... okay. Madison, ist das du? Was? Wer ist das, was ich nicht so mag? Was, das ist das, was ich? Bitte… ... Stand back! Put your hands up where I can see them! Don't come any closer! Step back! I said step back! Step back! Step back! Step back! Step back! Ich schätze sie hat auf sie geschossen in dem Moment. Ah. Hier. Nein, nicht. Hallo, die Kamera. Ja. Ja, ja. Guck dir das Foto an. Das ist das Richtige. Ja, echt? Warum ist das mit mir passiert? Ich muss die Hölle raus! Okay, kann ich gehen? Nee. Oh, Gott. Hier wird sich ein Sound erschrocken. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, 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 alright. Was ist das? Jesus. Diese Frau. Ist es möglich, dass sie... still alive ist? Unwahrscheinlich. Okay, da sollte ich wahrscheinlich einfach nicht rausrennen, oder? Oder doch? Wieder halt gar nichts. Okay, wir gehen einfach mal straight raus. Ne, ne, anscheinend nicht. Äh. Was ich eben sagen wollte, ist, bis jetzt alles sehr stark, aber ich mag es nicht, wie... wie die Kamera gefühlt einfach die Lösung für jedes Puzzle ist. Auch wenn es keinen Sinn wirklich ergibt, in dem Sinne. Ich meine... Wir sehen ja nicht nur bestimmte Sachen. Da muss man... Muss ich die richtige Einfolge machen? Ne? So, die Kamera verursacht halt irgendwie ganz viele Sachen. Sie öffnet Türen, sie verändert Bilder, sie lassen Sachen sehen. Ist ein bisschen komisch, weil es halt nie wirklich eine logische Sache, irgendwie zu der man kommen kann. Kannst du einfach nur... Wenn man nicht weiter weiß, macht man einfach von Sachen Fotos. Okay, ich muss wahrscheinlich hier... Muss ich hochgucken? Oder muss ich... Gucken, welche Tür irgendwie... Aber ich meine, es ist im Endeffekt ja nicht schlimm, dass halt die Kamera eine Lösung für viele Sachen ist. Aber es sorgt halt dafür, dass immer wenn man nicht weiter weiß, einfach von random Sachen Fotos macht. Weil es könnte ja sein, weil es war halt schon ein paar Mal so. Okay, muss ich irgendwie von... nach oben? Wenn, warum sollte ich, aber... Ne. Von allzu? Vielleicht von mehreren? Ich gucke, ob eine von denen sich irgendwie verändert hat. Keine Ahnung. Sehe ich hier auf dem Boden irgendwas? Nö. Sehe ich irgendwas auf dem Boden nicht? Laufen die alle zur gleichen Tür oder so? Die Kackelaken? Ja, die kommen von da. Habe ich da nicht ein Foto von gemacht? Alright. Oh. Ist nett gemacht. Sack. Bin wir wieder zurück? Nee. Okay. Ja. Wieder das Kamerading, ne? Aber ich mein... Ist alright. Ich dachte aber, ich hätte von der Tür schon... Wahrscheinlich. Vielleicht muss ich genau drauf nehmen. Na gut, wenn man kommt zumindest... Oh nein, 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 nein. Beginnt das wieder. Ich... 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 Ja... Ich... 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 Okay, wir bekommen also... Indirekt Messages von dem Dämon. Ja, ja, und der lässt uns Sachen zeichnen. Wahrscheinlich denken wir, wir müssen dahin, damit wir irgendwie was Gutes machen. Aber ich gehe mal davon aus, dass der Dämon da mit uns redet, ne? Okay. Aber na gut, äh... Dann habe ich jetzt wohl verinnerlicht, dass ich einfach permanent die Kamera auf alles spammen muss, wenn ich irgendwann nicht weiterkomme. Mag ich nicht so, aber... Ist okay. Ich meine, ich hab halt eben schon gedacht, ich musste mit der Kamera einfach auf alles draufdrücken, aber war wohl nicht der richtige Gegenstand. Ja, stimmt. Ja, okay, das wird... Alter ist nur in der Zahl, du kannst addieren oder subtrahieren, doch am Ende aller Tage, wenn die Zeit kommt, stirbst du so oder so. Ja, ja, äh... Okay, wessen Alter? Wessen Alter? Wessen Alter? Ja, okay. Okay, muss ja was anderes finden, um das aufbrechen zu können. Da kann ich ein Foto, also ein Bild hin hängen. Die Form von diesem Porträtten ist ziemlich wunderschön. Trotzdem in der Hinhänge oder müsste es woanders hin machen? Ah, jetzt hängt er falsch. Ja, komm mit. 56,5. Ne, auch nicht hier. Ich habe schon sehr viele von diesen Dingern gesehen, aber irgendwo war es bis jetzt nie richtig. Nehmen wir hier. 43. 56,5,43. Was? 50,5,43. Haben wir wie ein rundes? Ne, das wird nicht. Hm. Ok. 7,7,7. Ist das ein Dreieckschlüssel? Ne, das ist ein Herzschlüssel, was auch immer das ist. Ok, wir haben zumindest ein paar neue Sachen. Ich denke mal, wir können hier erstmal nicht weitermachen. 56,5,43. Hm. Vielleicht müssen wir einfach ein bisschen rumprobieren mit den Zahlen. So, wir schauen mal, wofür der andere Schlüssel hier sein könnte. Steht irgendwas dabei? Herzschlüssel. Ne, ne? Ja. Das ist ja. Ja. Was ist das denn? Keine Ahnung. Sehr viel Medizin. Und sehr viel von diesen komischen... Kann ich da ein Foto von machen? Für Erfolg oder so? Ne. Sehr viel von diesen komischen Winkelkatzen. Im Haus verteilt. Finde ich gut. Da ist nix. Das stimmt. Ich sehe ein Bild, was ich vielleicht mitnehmen kann, oben hin hängen kann. Ups. Das wollte ich noch machen. Da haben wir. Sie war so sick. Augenuntersuchung. Der Patient verliert die Augenlicht innerhalb kürzester Zeit. Seltsamer Unterform des Katarakts. Beide Augenäpfel färben sich komplett weiß. Beeinträchtigung der Sehstärke. 95%, 87%. Wir können nicht definieren, was die Augen der Patientin schädigt. Bitte die Medikamente weiterhin einnehmen, bis eine angemessene Behandlung gefunden wurde. 95, 87%. Das macht Spiel absichtlich. Dass es uns super viele verschiedene Zahlen gibt. Von denen vielleicht irgendwas ein Code sein könnte. Damit wir schön durcheinander kommen. Die Seite geht nicht auf. Was sind diese Dinge? Brauche ich die für was? Okay. Cool, cool. Oh, hier. Hier. Äh. Hier haben wir doch die Dinger. Die richtige Reihenfolge oder so? Ich habe keine Ahnung. Hatten wir nicht noch eins? Wir haben nur eins bekommen. Ah, fuck. Müssen wir... Können wir es rotieren? Ne. Brauchen wir nur eins? Ach, wir können es drehen. Okay. Äh. Das ist die Erde? Jupiter, Mars. Ich habe keine Ahnung. Äh. Wie war das? Es gab doch irgendein Spruch. Wie man... Zufällig, oder? Es gab doch irgendein Spruch. Wie man... Zufällig, oder? Das hat nichts damit zu tun gehabt. Was ist mein Vater? Erklärt mir jeden Sonntag unsere Planeten? Irgendwie sowas. Es gab doch irgendein Spruch. Ich weiß ihn aber nicht. Wenn wir das letzte gefunden haben, kann ich damit irgendwie mal durchgehen. Wir... Grandmas Diary. Es fühlt sich auf jeden Fall an wie ein... wie ein echtes Haus. Ich meine, klar, mit ein bisschen Horror gemischt, weil wir wahrscheinlich ein bisschen am Halluzinieren sind durch den Dämon, aber... cool. Es fühlt sich an wie ein echtes Haus, wo wir halt Sachen finden und mehr oder weniger logische Rätsel lösen. Äh. Man sagt, ein Tagebuch wäre gut fürs Gedächtnis. Na dann, wir werden sehen, ob das auf mich zutrifft. Heute sind wir zu einem gegen... Garagenverkauf in der Nähe des Zentrums. Ich habe ein Buch mit tollen Rezepten gefunden. Johnny fand auch ein Buch, über das er sich sehr freute. Er war deshalb aus dem Häuschen. Ein wirklich schöner Tag. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht schon wieder. Ich könnte schwören, dass mich etwas aus der Ecke heraus angestarrt hatte. Heute war ein... mein ganzer Schmuck überall im Raum verstreut und mein Hochzeitsring war in der Küchenspüle. Ich fragte Johnny, wonach er gesucht hatte, doch er schwor, dass er nichts angefasst hatte. Wir mussten Johnny wieder zu uns ins Bett nehmen. Das Buch, das wir eben gekauft hatten, bereitete ihm Albträume. Wir müssen zugeben, dass es ein wenig gruselig ist. Mein ganzer Schmuck ist wieder verstreut worden. Ich kann meinen Hochzeitsring nicht finden. Es war das schönste Geschenk, das Albert mir je gemacht hat. Aber heute war Johnny nicht daheim. Manchmal bekomme ich das Gefühl, dass jemand anderes im Haus ist und jeden meiner Schritte beobachtet. Albert sagte mir, ich sollte mir keine Sorgen machen. Er wird noch denken, dass ich verrückt geworden bin. Was für eine Erleichterung. Ich habe den Ring in Johns Zimmer gefunden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Ich konnte letzte Nacht überhaupt nicht schlafen. Diese dumme Geschichte über das augenlose Monster geht mir nicht aus dem Kopf. Ich weiß nicht, warum wir ihm dieses Scheißbuch gekauft haben. Ich habe eine ganze Weile nichts mehr aufgeschrieben. Die letzten Wochen bin ich von Arzt zu Arzt gegangen. Etwas stimmt mit meinen Augen nicht und die Ärzte wissen nicht, was mir fehlt. Sie schmerzen sehr und ich sehe mit jedem Tag verschwommene. Gott, die Ärzte sagen, dass ich in den letzten Wochen mehr als 40% meiner Sehstärke verloren habe. Ich kann kaum noch lesen, schreiben, Fernsehen oder überhaupt an irgendwas anderes denken. Irgendwie verschwinden die Pupillen aus meinen Augen. Ich finde diese Medikamente leid. Nichts scheint zu helfen. Ich ertage die Schmerzen nicht mehr. Warum passiert mir sowas? Ich kann mich kaum noch durch das Haus bewegen mit meinen Augen in so einem Zustand. Ich ertage die Schmerzen nicht mehr. Hilf mir Gott bitte. Ich habe furchtbare Angst. Ich weiß, dass da jemand im Haus ist, aber niemand glaubt mir. Ich weiß, dass das stimmt, auch wenn ich nichts sehen kann. Ich fühle eine Präsenz. Da lebt jemand bei uns. Es sind sehr viele Notizen. Ich finde das cool. Ich sehe auch, was sehr stark gemacht ist, wenn man hier auf die Handschrift achtet. Die Handschrift wird immer schlechter, umso weniger sie sieht. Stark. Ich weiß, dass da jemand im Haus ist. Ich habe die ganze Nacht über Geräusche gehört. Ich schwöre, dass ich jemanden Atem gehört habe, als ich mir ein Glas Wasser holen wollte. Oh, das ist ein guter Kontext. Wenn man langsam immer blinder wird, umso blinder man wird, umso sicherer ist man, dass irgendjemand bei sich wohnt. Ich meine, es könnte natürlich ein... In einem realistischen Kontext könnte es natürlich halt ein Zusammenhang dazu liegen, dass man halt immer weniger sieht und dadurch einfach Panik bekommt und nicht immer mehr Angstzustände bekommt, weil man halt einen Sinn verloren hat, klar. Ich habe mehr als 80 Prozent meiner Sehkraft verloren. Die Ärzte sagen, sie finden keine Lösung. Ich will nicht länger alleine im Haus sein. Ich bin hier nicht sicher. Äh... Okay. Mein Ring war wieder nicht an seinem Platz, aber das spielt keine Rolle mehr. Niemand wird ihn jetzt noch finden, denn ich verstecke ihn unter... Unter was? Extrem? Nein. Wo drunter? Unter dem Kissen oder sowas? Irgendwo drunter ist der Ring versteckt. Interesting. Okay, anscheinend das Ding, dieses Monster, was seine Augen verloren hat. Dieses kleine Vieh, was in irgendeinem Haus gelebt hat. Ich meine, ist halt die Frage, ob es realistisch ist oder ob es irgendwie halt eine Ausgeburt von diesem Dämon-Ding da ist oder so, aber... Da das Ding ja blind geworden ist, versucht es vielleicht irgendwie die Sehstärke von Menschen, die hier leben, irgendwie wegzunehmen und die verlieren dadurch halt mehr oder weniger ihre Augen. Das Ding sieht dadurch mehr und wird dadurch irgendwie mächtiger vielleicht? Vielleicht? Alright, was müssen wir noch... Was? Welcher Song? Oh hier ist... Oh hier ist... Oh hier ist... Oh hier ist... Oh, wut? Ja, das Ding... Ja, aber das... Das muss jetzt nicht sein. Shut the fuck up. Hi. Positiv sehen. Das ist... Das ist der Geist von meiner Oma, der mir einfach nur helfen will. Und mir irgendwas zeigen will, stimmt's? Alright. Oh, das Ding, okay. Solide. Ja, ich finde, jetzt nimmt es langsam ein bisschen zu viele... Ich bin da gar nicht dran, so oder so, oder? Ja. So kann ich damit irgendwas machen. Soll ich ein Foto davon machen? Die Lösung für alles? Ja, okay. Ich hätte so die letzten 20 Minuten versucht es ein bisschen zu viel... Ein normales Horror-Game zu sein. Am I... Am I going and seeing? Ja. Also... Nein, aber ja. 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 Die Fotos sind ziemlich alt. Vielen Dank für deinen Input. Hm. Ja, wahrscheinlich ist das halt nicht die Lösung, aber... Was? Was war das? Okay, 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 okay. Soll ich da hingehen? Da ist irgendwas. Ich glaube, ich muss ein Foto davon machen, genau in dem Moment, weil ich das komische Ding sehe, oder? Ja, aber ich wenn... Oh. Okay, ich tapetiere es einfach... Ach, das ist die... Aha. Okay, ich glaube, die Statue hilft mir wirklich. Ich meine, in der Welt hier, wo es halt offensichtlich Dämonen und sowas gibt, kann es doch auch sein, dass mir halt irgendwie eine positive Gegenkraft... Okay, das war ein bisschen albern. Eine positive Gegenkraft davon hilft, ne? Und das ist cool, das ist halt wirklich hier die Lösung für Leute, die genau wie ich halt nicht mehr wissen, was in der scheiß Reihenfolge die Planeten waren, ne? Alright. Ja, ich... Das sind halt... Aber ich dachte, das steht jemand, das ist einfach nur eine Uhr mit Schatten. Aha, gut gemacht. Das ist aus wie ein Pirament Head, der so steht. Naja, dass halt die Kamera die Lösung für jedes Puzzle grundlos für alles immer ist, ist ein bisschen... Naja, ne? Aber... Trotzdem ist jetzt alles anders auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau. Ich tendiere grad so zu einer... 8,5 bis jetzt, oder sowas? Ich könnte auch reinstecken. Nix, ne? Oh, du gehst weiter. Wivamente... Wir sehen weiteres davon... wenn du die kombination baust weißt du wo du es finden kannst okay uhrzeiger hier sind wieder super viele zahlen markiert aber nix davon wird es wahrscheinlich sein oder na gut uhrzeiger ist anscheinend die lösung für das ding okay wir haben für den dachboden weiteres bild und wir haben jetzt alle alle drei dinge für das andere passen was es ist also es geht raus hat eigentlich nicht nur es ist so atmosphärisch genug sagen dass wir uns immer an hat der volk hat okay hören wir uns das erst mal an ja oder das ist schritt nummer eins es ist ja komm ich lege es mir alle drei dinger in welchem raum machen das war hier um die ecker noch machen erstmal los vielleicht von vorteil okay wir haben hier stehen zwei drauf ja okay er hat noch hier anzeige erde rot rot weiß blau blau okay ich bin gerade raus nehmen und ist gar keine lösung für irgendwas ja das gibt überhaupt keinen sinn ne manche davon sind ja auch fest ne ja manche kann ich gar nicht würde das denn stimmen von der abfolge her also wie ist es hier ist das möglich in der reihenfolge ne oder wie sind das hier sind das acht stück hier sind sechs soll ich das einfach ignorieren ist das wofür ist das da ich kann es aber auch nicht wegwerfen das heißt es ist in irgendeiner form wichtig ich hoffe hinter mir Geräusche zu machen du Arschloch ist das die Erde oder ist das die Erde das hier ist die Erde ja das sieht mir so aus vielleicht ignoriert das die die da feststecken das könnte sein die da drin stecken muss ich ignorieren ich muss nur die anderen dinger machen aber warum sagst du mir einfach ganz direkt die lösung dafür ein bisschen strange aber okay ist die Kombination möglich gibt es die beiden ja die gibt es ja das ist richtig dann okay die beiden tauschen dann haben wir es ja okay dann ach für fuck's sake ernsthaft aber kann ich irgendwas kann ich das nicht irgendwie umtauschen einfach nur ich habe keine Platz für das okay und das hier war ich das oder war das richtig so wie ist es denn ja hat sich was getan oder war es einfach ein Hintergrundgeräusch komisch wo kam das Geräusch denn okay ich gucke mal nach die ganzen Hintergrundgeräusche sind ein bisschen verwirrende so im Kontext ich meine ich könnte es doch nicht weiter drehen wahrscheinlich wenn es uns richtig wäre hey dunkles ja das habe ich das habe ich das ist doch ist das aber genau der der Endplanet ist andersrum gedreht da drauf aber ist das richtig kann ich verändern irgendwie ich meine es ist so auf dem Bild drauf ich lasse es einfach mal vielleicht hat es ja irgendwas verändert war die Statue eben schon oder hilft die mir einfach wieder hallo okay ich gehe mal aus dass du ein Freund bist kann ich jetzt nochmal ich kann jetzt noch das okay das Tape kann ich mir jetzt anhören und ich kann auf dem Dachboden noch ein Bild ansetzen okay du bist ich sehe dich als Freund ne ich sehe dich mal als Freund du wirst schon in Ordnung sein schätze ich ist das hier drin nichts ja ja ein Tape Nummer zwei ist das hier drin ist das hier drin ja okay Becoming possessed by a wicked entity is signified by a loss of control over the body mind and the soul however that is often not enough for the entity it hungers for more things get much worse for the host ja die machen wir grad durch das stimmt ja das ma das stimmt Ja, das machen wir gerade. Fährt so sagen, ne? Ne, das stimmt. Ja, aber okay, wir gehen mal auf den Dachboden. Ne, die Uhr verändert sich. Eine Code muss das andere sein. Wir haben ein paar Uhren gefunden. Das ist auf jeden Fall schon mal eine. Äh, obwohl. 9, 9, 12, 7? 9, 12, 7. Könnte sein, ne? Muss man testen? 9, 12, 8? 8, 9, 12, 8 ist für eins von den Dingern gewesen. Wo war denn das hier? Ich probiere es mal aus. Es wirkt nicht richtig. Hm. Oh, hier. Hier drin. Aha. Wo ist der Film? Äh, Lake Store. Ich lese Runenkarten, Tarotkarten und kontaktiere geliebte, verstoppene Menschen in der Geisterwelt. Ja, ich... Lügner. Ja, okay. Also unser Opa scheint sehr, 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 sehr... ...verstört gewesen zu sein, dass er seine Frau verloren hat. Und hat irgendwie alles versucht. Vielleicht hat er sich deswegen dann irgendwie angefangen, für die Kamera zu interessieren, weil die ja vielleicht irgendwie eine ganz komische Fähigkeit hatte. Oder vielleicht hat er dadurch halt irgendwie auch den Kontakt zum Dermon aufgebaut, weil er eben versprochen hat, dass er irgendwie... ...eine Frau zurückholen könnte, oder so. Hiermit. Naja, wunderbar. Nee, der kann ich auch hin, aber ich kann nicht durch. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das eine... ...ääh... ...Planeten-Rätsel da gelöst hab, oder nicht. Weil ich kann ja... Das sind ein bisschen viele Geräusche. Weil ich kann ja immer noch drehen. Das wirkt ziemlich untypisch für so'n Puzzle. Oh. Beobachte deine Umgebung aufmerksam, wenn du sofort Bilder siehst, bist du in einer Fotografie-Zone. Wurde das irgendwann gesagt? Hab ich das ja verpasst? Aber das... ...löst ja indirekt mein Problem, was ich hatte, ne? Ah, okay. Ich dachte, das wäre einfach nur atmosphärisches Umgebungsding, weil das ganze Spiel story-technisch auch von der Kamera handelt. Aber okay, gut. Wenn ich Bilder auf dem Boden sehe, soll ich ein Foto machen? Ja, deswegen sind die auch welche. Leute, ich wunderte, ich... Ich hab grad ne kleine Essenspause gemacht. Und hab' ein Spiel neu geladen, deswegen bin ich jetzt wieder hier. Was hab' ich... Ich hab' nicht viel verpasst, oder? Bitte. Bin alles dabei. Nur das? Hängen die beiden anderen noch da? Hoff'n mal. Wie war ich hier noch nicht? Alright. Okay, ich glaub' wir haben nicht... Ich hoffe, wir haben nicht viel verpasst. Aber, ich hab' beim Essen eben mal nachgeschaut, ob ich das einfach falsch verstehe, weil... Thank God. Zum Glück hab' ich's nachgeschaut, denn ich war in der völlig falschen Richtung. Es ist viel simpler. Ähm... Ich find' den zweiten Teil des Codes im Uhrenzimmer. Das ist damit gemeint. Nicht die Uhrzeit, sondern... ...das Uhrenzimmer. Okay. Ich mein' ja... Ich... Ja, kann man sich natürlich auch irgendwie denken, aber... Ich hätt' jetzt halt wahrscheinlich irgendwie zwei Stunden lang versucht, irgendwelche komischen Kombinationen von irgendwelchen Uhrzeigern im Haus zu finden und die zu benutzen. Aber ne, es ist, äh, dann doch etwas simpel. Okay. ...of dem Dämon-Plan. Es ist gesagt, dass es die, die zurückkommen zu unserem Welt, um zu lösen, unverletzte Dinge aus ihren mortalen Leben zu lösen. Die Verletzungen dieser wütenden Positionen sind zu... What the fack? ...eine Entfernung von Schweden. Eine astrale Transporte, um ein besseres Wortes zu tun. Okay, also das hier ist ne Lösung für uns. Wie komm ich denn hier durch? Okay, dahinter ist auf jeden Fall das nächste Bild, was ich brauche. Und von wo komm ich da rein? Alternative Realität. Alternative Realität? Ich lösse mein Geist. Okay, das öffnet auf jeden Fall was. Ich habe jetzt wieder das Geräusch gehört und es ist richtig rumgedreht. Deswegen gucken wir jetzt nochmal danach. Ich glaube, wir haben das jetzt geöffnet. Vielleicht zeigt die mir den Weg? Was zeigt das denn überhaupt? Ist das die Seite? Kann ich hiermit was machen? Ah ne, ist aber dahinter. Okay, das Ding muss ich ja wegschieben. Aber wie mache ich das denn? Das ist doch richtig, oder? Müsste eigentlich richtig sein. Ich meine, ich kann nochmal nachschauen. Hey, die bringen jetzt nichts. Bla, bla, bla. Ne, die letzten beiden sind falsch. Und die auch, ne? Ich war mir sicher. Ich hatte das vorhin schon. Hold up. Ist das auf dir? Was? Warte mal. Geht das? Keine Ahnung. Ich werde wahnsinnig. Ich hätte schwören können, ich habe jede Kombination von Dingern vorhin schon probiert. Habe ich es nicht? Habe ich eine irgendwie falsch gemacht oder so? Wirklich komisch. Ich meine, jetzt sind die da wirklich eingeloggt, ne? Jetzt sind die richtig. Entweder war es ein Bunk oder ich habe wirklich es falsch gemacht. Ich weiß nicht. Ihr werdet es mir oft genug sagen, wenn ich selber schuld gewesen bin. Na gut. Verunsichere mich jetzt aber ein bisschen. Okay. 68. Oh. So, Grandpa tried to contact Grandma with this thing? Scheinend. Is that blood? Will ich es hier mitnehmen? Ne, ist okay. Alright. Ich bin mir jetzt unsicher, ob ich die Statue gruselig finden soll. Weil ich finde die eigentlich freundlich. Wird mir bis jetzt auch nur geholfen, oder? Zumindest habe ich das jetzt so interpretiert. Wann ich weiter. Der Schlüssel steckt da noch? Das sind schöne Details, ne? Das hier Schlüssel in den Türen drin stecken, die ich geöffnet habe und so. Es ist schon echt unfassbar aufwendig und hochwertig als gemacht. Das kann man im Spiel auf jeden Fall lassen. Oh Gott. What the fuck? Das funktioniert das nicht? Ihr seht, ob ich das Ding auf meinen Fotos sehe. Cool gemacht. Kann ich darauf zulaufen, oder ist das... Meine Oma? What the fuck is happening in this house? Ich finde es super, wenn unser Charakter erst dann Angst bekommen hat, als das Ding weg war. Bevorher war das alles in Ordnung. Ach so... Na gut... So, wir haben jetzt... Ah, da bist du wieder. Hi. Willst du irgendwie ein Foto hier von... Was? Willst du hier einfach ein Foto machen oder so ein Scheiß, wenn ich auf geht oder so? Ne? Ja, hier liegen Fotos rum. Soll ich... 10, 10, ok wir nehmen erstmal, wieviel Platz haben wir noch, kein, äh, 38, 13, 13, und wer Platz mehr noch, äh, 10 plus 3, ich glaube das wird nix, nix bedeuten, das ist von dem Alter plus minus, äh, was stand hier, ne das wollte ich nicht, äh, 38, 13, ist die seit hier, ne, 38, 13, das ist auf den Gemälden zu sehen, 5, wie alt ist der Typ, 33, da hin, hier den Jungen, äh, die beiden tausche ich auch nochmal aus, ne, nicht das, ja, nicht du, wo ist denn, wo ist dein, ne, okay, was soll hier zu sehen, vielleicht müsst ihr halt irgendwie, dass deren Alter halt in irgendeiner Form, ich weiß nicht genau, wie es gedacht ist, aber in irgendeiner Form soll es halt ein Alter geben, was dann hinter zu sehen ist, 25, gegenüberliegenden, Problem ist, dass ich grad nicht so viel Platz habe, ich hätte irgendwas wegwerfen sollen vorher, ok, ich glaub, ich glaub, ich hab die Lösung tatsächlich, es war immer wieder viel einfacher, als ich dachte, ich hab nur drauf geachtet, weil, ich glaub, man kann immer das Alter von der Person plus das, was dahinter steht, addieren oder subtrahieren und bekommt dann immer 43 raus, mein ich, ich hab ja nicht alle durchgerechnet, bei manchen hat's funktioniert, deswegen, guck ich mal, ob das so richtig ist, kommst du hier hin, ich hab nicht drauf geachtet, naja, naja, ok, war das unten irgendwas? Ich hab's ja wieder, ich dachte halt, irgendwie, man muss deren Alter irgendwie kombinieren oder irgendwie so ein Kreislauf von Rechnung machen, dass immer bei den nächsten jeweils irgendwie 43 oder nicht 43, sondern die Zahl rauskommt, die da halt steht, aber nee, ist dann doch wieder ein bisschen simpler, ja, naja, gut, was war das? Bist du auch noch zu? Was hab ich denn jetzt gemacht? Hab hier was geöffnet? Nee. What the fuck? Und wo kommen die Geräusche die ganze Zeit? Hi! Warum stehst du denn hier drauf? We're doing okay? Es wäre irgendwie cool, wenn ich das Ding halt die ganze Zeit jetzt in... Wenn mir das Ding die ganze Zeit das Gefühl geben würde, dass mein Freund ist und dann am Ende verwandelt sich das Ding in ein Monster oder sowas in irgendeinem ganz komischen Moment, was hab ich nicht schon wieder geöffnet? Irgendwas hab ich geöffnet. Und ich suche das. Okay, können wir irgendwas hier reinwerfen? Haben wir Plätze haben? Äh. Ich werde keine Werkzeuge einfach wegwerfen. Okay, wir brauchen die Kisten einfach mal hier rein. Oder vielleicht brauchen wir die, äh, wirklich nicht. Wo sind die denn? Du und... Cool. Wirken jetzt nicht, als ob ich die in naher Zukunft brauchen würde. Ist hier irgendwas verändert? Den kleinen Schlüssel haben wir immer noch nicht. Nee, ist auch nix, glaub ich. Ist das geöffnet oder so? Nee. Ja, was ist denn jetzt? Irgendwas ist aufgegangen. Will ich noch ein Foto von machen? Nee. Ist der was verändert? Nee, der hält jetzt auch noch die Kamera, okay. Hm. Die Statue ist ein bisschen goofy. Die wirkt ein bisschen humorvoll, ey. Aber da hab ich das schon angehört jetzt? Ist das weiter? Ja, hab ich noch, ja. Hab ich, hab ich. Ist auch was aufgegangen. Ja, ist das Problem mit dem ganzen Ambient Noise, dass man irgendwann einfach nicht mehr weiß, welche davon jetzt Hintergrundgeräusche sein sollen. War da hinten irgendwas? Ich meine, ja, vielleicht ziehen wir uns auf. Mach doch nicht ein Türengeräusch, wenn sie keine Tür wirklich geöffnet hat. Das ist so verwirrend. Kann ich mal sehen, was noch ist? Nein. Vielleicht da oben. Vielleicht ist oben irgendwas passiert. Ich muss nur irgendwas wie ein Foto machen. Kann sein. Ich will den wieder wegnehmen eigentlich? Nee, also das ist offiziell fertig, ja. Jetzt nochmal durchgucken? Ah. Aber das Geräusch kam doch von einer völlig anderen Seite. Das klang unter mir hinten. Aua. Das hat erhört. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ein guter Punkt. Bin ich voll bei dir. Okay, also wo kriege ich ein Licht her? Hier? Ja. Super. Oh Gott. Heißt du, dass wir wieder ein Foto machen? Weil die hängen jetzt auch Fotos an der Wand. Oder diesmal nicht. Nee, diesmal ist nur Atmosphäre. Okay. There are handprints on the walls. Perfect. Das stimmt. Oh Gott. Das stimmt. Oh Gott. Muss ich hier irgendwie einen richtigen Weg finden? Wenn ich falsch laufe, sterbe ich oder so? Wo denn das suche ich hier? Genau, wo ich bin. Ich glaube, da wird zufällig. Soll ich hier vielleicht Fotos davon machen, wo ich lange laufe? Ich seh da nix drauf. Ich bin also nicht wirklich. Look out oder look up? Beides nicht. Okay. Lauf ich einfach zufällig random durch oder? Die Frage ist halt, ist die Stimme von der Frau, was es mir helfen soll oder sollte ich von der weglaufen? Vielleicht soll ich hier auch mal verfolgen. Die Frage ist halt, ob das meine Oma ist oder ob das halt die Madison ist. Da gleich der Unterschied. Fällig falsch hier oder? Ja, ich verstehe, was sie hiermit erreichen wollten. Aber es funktioniert nicht unbedingt. Komm ich auch mal an? Ja, hier irgendwas. Aber ich weiß auch nicht, welche Richtung ich... Was ist da dann? Irgendein Motor oder sowas? Ja, das sieht falsch aus. Wirklich, ich hab wieder zurück. Ist doch super, wie unser Charakter überhaupt nicht reagiert, wenn irgendein scheiß Monster vor uns hier drin ist. Ist das ein gutes Zeichen, ist das ein schlechtes Zeichen? Bin ich von hier gekommen oder ist es wieder ein Weg raus? Keine Ahnung, ich laufe erst mal hier lang. Was? Will ich ein Foto von machen? Ich schätze, ich bin von hier gekommen. Wird hinter mir zugenagelt. Wenn unser Charakter einfach nicht reagiert, wenn wir von einem Monster gejumpscared werden. Aber da sind Handabdrücker an der Wand. Das kann man schon mal erwähnen. Vielleicht will ich einfach der Stimme folgen. Ich bin... Warum sollte ich? Warte, ist das Ding gefährlich? Das ist einfach ein Jumpscare. Keine Ahnung, ich laufe. Das ist einfach ein Jumpscare. Keine Ahnung, ich laufe. Luka? Look out, look up, Luka? Ne, von hier... Ich glaube, ich will zurück. Ich glaube, den Fehler habe ich eben schon gemacht. Hier? Ist das halt eine Art Bossfight gedacht gegen das Ding? Da müsste ich ja Fotos von machen. Kaum, oder? Blub, blub. Könnte ich jetzt auch nichts an den Wänden oder sowas, was mir irgendwie halt einen Weg weisen könnte. Wo ich mir denke, ja okay, ich muss den Fotos folgen oder so einen Scheiß. Und den Handabdrücken. Ist einfach nur Gänge. Werde gleich aussehen irgendwie. Hinter mir. Ne, wieder weg. Ja, das ist irgendwie ein neues Problem wieder, ne? Sind Sachen Tipp oder sind Sachen... Ich kann so schnell aber auch kein Foto machen. Ich weiß ja nicht... Schade ich dem Ding und mache ich was richtig oder ist das nur auf Fakt, du stirbst gleich? Soll ich dem Ding folgen, wo es herkommt oder soll ich da langlaufen, wo es nicht ist? Okay, ich folge ihr. Wo lang jetzt? Das sieht gut aus. Muss ich da lang? Wie komme ich da hin? Wie komme ich da durch? Oh Gott. Ich glaube, ich muss ihr folgen. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Uiuiui, okay. War das jetzt meine Oma? Wollte mir schaden? Ich... Ich habe keine Ahnung. Na gut, okay. Ich trinke kurz einen Schluck. Alter, das hat... Ja, das hätte man vielleicht ein bisschen, äh... Ein bisschen smoother lösen können. Weil das kann man halt in jede Richtung deuten. Du sollst von hier weg, du sollst zu ihr hin, du sollst zu ihrer Stimme, du sollst in ihrer Stimme weg. Das war halt... Keine Ahnung. Vielleicht irgendwas davon? Ich glaube, am Ende sollte ich ihr folgen. Aber am Anfang wusste ich jetzt nicht, was ich da machen sollte. Keine Ahnung. Wahrscheinlich bin ich einfach unglücklich im Kreis gelaufen, ne? Und habe die paar Abzeigen, die ich gebraucht habe, einfach nicht gefunden. Naja, das sind schon nette Visuals hier. Gute aus. Das sieht gut aus. What the fuck? What the fuck? Wo bin ich? Ja, ja, klar. The Graveyard? How, how did I... Can't hear? Hast du dem zweiten Tape nicht zugehört, Kollege? Das ist alles in einer anderen Dimension mehr oder weniger. I hate Graveyard. 1989 bis 1950, ja. Irgendwann passiert was, wenn ich es nicht wieder anmache. Wie komme ich irgendwo an? Wir suchen die Richtung von dem Bimmeln zu laufen, aber... Aha. Ich habe mich erwischt. Ich habe bestimmt schon ein paar von denen verpasst, aber ich habe lange nicht mehr daran gedacht. Aber wenn ich es hier sehe, ne? Dann kann ich es auch direkt mitnehmen. Kollege, das ist nicht echt. Also... Was du dir hier denkst, ob hier irgendjemand sein könnte oder nicht, ist... ...leider ziemlich egal. Dank Jupiters Cathedral. Okay. Nichts gut. What the fuck. Ich mag ja, vor allem am Anfang mochte ich seine Schüsse, seine Kommentare und seine Stimme und so und mittlerweile kommentiert er irgendwie sehr lustige Sachen, ignoriert andere komplett, aber ist okay, ist okay, stört nicht wirklich. Oh, hast du den Bein gebrochen? Das weiß ich nicht. Das weiß ich leider nicht. Was ist das? Okay, Cathedral schließt, ah hier, Kathedrale von St. Jupiter schließt ihre Pforten, die Kirche des Gauns. Die Kathedrale von St. Jupiter schließt endlich ihre Pforten her. Nach Jahren der Vernachlässigung und einem Mangel an Leuten, die sich um die Institutionen kümmern wollten, hat die Regierung entschieden, ihre Dienste einzustellen. Gemäß den Aussagen der ansässigen Bevölkerung befand die Kathedrale von St. Jupiter in einem völlig desolaten Zustand und die Ansage der Regierung ist nicht viel mehr als ein politisches Manöver vor den Wahlen im nächsten Monat. Es ist wichtig, sich die traurige Liste in Vorfällen ins Gedächtnis zu rufen, die mit ihren Verbindungen stehen. Die wichtigsten wären der Tod von 13 Arbeitern bei der Errichtung der Kathedrale in den Jahren 47 bis 49, das Geständnis von Nancy Goring, die von Priester persönlich an die Polizei übergeben wurde, die höchst umstrittene Totenwache für die Serienmörderin Madison Hale, der Amoklauf im Jahr 92, in dem 10 Kinder, 5 Erwachsene, tragische Art verstorben sind, der Selbstmord von Vater George, 95 und 2015 schließt. Warum ist ein Pass auch nicht markiert? Das sieht man nicht im Text rechts und nur hier. Nancy Goring, ist in irgendeiner Form relevant? Vielleicht auch nicht. Willst du es mitnehmen? Ne. Na gut. Versucht unsere Kunstwerke in den biblischen Irrgärten. Oh super. Irrgärten. Wir erneuern unsere Irrgärten jedes Jahr. Auf jeden Fall. Mach ich. Da geh ich jetzt rein. Freue ich mich drauf. Wird wundervoll. Okay. Vielleicht mein Licht dabei? Ne. Vielleicht weben? Ja. Fuckin' hell. Alter, ist das dunkel. Das ist ein cooler Look, ne? Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Hier sind wieder Fotos. Hast du ein Foto machen? Warte mal, kann ich hier von Zeit zu Zeit springen? Oh, wie cool. Okay, 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 okay. Das sind die verschiedenen Zeiten, zu denen ich halt in der Kirche sein kann, oder? Okay, cool. Okay, cool, 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 cool. Okay, das ist die Hochzeit der Kirche, ne? 51. 50. Können wir mal zu holen? Hallo? Entschuldigung? Ja. 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 ..."M Wieən. 19. Die Kirche. Ja. 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 He never loved me, he was a liar, he lied to me, he lied to you, he lied to everyone, he was a liar, he lied to himself, he tried to pretend he didn't have the past, he did, he was a vile, disgusting, despicable piece of garbage, you know, he just wanted to marry me, to get away from his crimes, he knew he couldn't stay in Germany, he knew his past was coming to get him, he knew it, he tried to pretend it was all gone, but it was gone, he chased him, it haunted him, it haunted me, oh, father, you have to understand, he was in charge of a gas chamber, he took so many innocent lives, he destroyed them, he just, who could do that, there were days I would look into his eyes and I would see a void, and Tina's nothing looking back at me, he was already dead, only God knows how many lives he had taken but not anymore, I made sure, he would not hurt another person, I made sure, that he suffered, I know God will forgive me for my sins, our father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is, our father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is, our father in heaven, the color of the sky, the color of the sea, the color of Mary's tears, time on earth as it is, hết, and our father in heaven, hallowed be your kingdom come, your and vision done, on earth as an end, our father in heaven, hallowed be your kingdom come, your kingdom come, your world come, your will been done, on earth as it is a living. also gehe ich mal zu gelb, I guess. Das ist hier ein ziemlich cooles Segment, aber das wirkt ein bisschen kontextlos, außer es geht halt im Endeffekt jetzt doch irgendwie um die Kirche oder sowas und die hat irgendwie Sachen ausgelöst. Ne, nicht blau. Wieso ist da eine blaue Kerze dabei? Wo hab ich die hier? Wird dazu irgendwas gesagt? Alright. Ich schau mich erstmal um, schätze ich. Ist hier was? Hm. Soll ich mal ein Foto von blau machen, dann zu blau gehen? Strange. Vor allem kann ich hier anscheinend durch mehrere Zeiten reisen. Ja, das ist Maria, ich denke. Machen wir dafür mal ein Foto und gehen jetzt zu dem Maria Bild und machen da die blaue Kerze an oder so. Aber warum war denn im gelben Bereich ein Bild? Vielleicht muss ich beides zurück machen, vielleicht muss ich eben blauen. Hab ich jetzt besser, hab ich jetzt dabei. Blaue Kerze, okay. Boah, das ist auch sehr blau. Jesus. Äh. Eiei, es blendet ja richtig. Watt damit. Ganz die Shit. Hier. Ja, aber... Was hat das denn mit irgendwas zu tun hier? Oder versuchen wir uns irgendwie von dem... Von dem Dämon zu lösen, indem wir... Ich hab hier... Wir machen... Wir lösen einfach das Rätsel hinterfragen. Nicht was irgendwie jetzt... Der Kontext da aufhören. Jetzt haben wir jetzt eigentlich ne gelbe... Ne? Was finden wir hier irgendwo? Vielleicht liegt die irgendwo rum? Gelbe Kerze? Vielleicht kann sie uns hier ne Kerze geben. Wenn sie fertig ist mit ihrem Stress da. Oh. Er ist hier. Oh. Wenn du dein König kommt... Du wirst du getan. Und auf der Erde, wie es ist und hattet. Warum schwebt... Okay. Wir nehmen die einfach mit. Got you. War das hier auch blau? Eine andere Kandale. Da gab's eine dritte Frage? Wie random war das denn? Okay, äh. Grüne Kerze, wofür ist denn grün? Was passiert wenn ich hier drauf drücke? Was macht das denn, wenn ich da ein Foto von mache? Das verstehe ich nicht. Ah, der Hintergrund, oder? Warte mal, ich will das hier kurz angucken. Wird der Hintergrund davon blau jetzt? Ja, okay, na gut. Ich schätze, das Jesus-Bild ist dann grün. Aber wieso gibt's dann eine Seite, die blau gefärbt ist und eine, die gelb gefärbt ist? Beide Bilder auf beiden Seiten sind. Das raffe ich halt nicht. Okay. Shit out. Bin ich in Gefahr? Ich kann einfach durchlaufen, wo der ist. Was? Oh. 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 Ich hab gedacht. Okay, wir haben Erfolg dafür bekommen, dass wir gestorben sind. Also, das ist Hans. Wir haben uns von Hans töten lassen. Okay, also jetzt gibt's anscheinend noch andere Dämonen und andere Personen, die auch noch nicht alle mitspielen. Ah, ich weiß nicht, ob ich das cool finde. Aber, na gut. Ich fand's eigentlich ziemlich geil, dass er nur in diesem einen Haus gespielt hat und diese Familienstory war. Aber jetzt, wenn da irgendwelche random Personen so bei der Hälfte des Spiels irgendwie dazukommen, ich mein, dann scheint die grobe Story ja mehr um das Haus selbst zu gehen, ne? Ja, um da um die Kirche und so zu gehen. Und alle Leute, die hier halt gewohnt haben und so. Wie sieht's denn in 2022 aus? Ach, das ist einfach nur... Ich glaub, wo nichts ist, ne? Ich glaub, hier kann ich nicht raus. Das ist einfach der heruntergekommene Teil, ne? Ich glaub, hier muss ich nichts puzzeln oder so. Ne. Das ist einfach nur komplett im Arsch, alles. Was ist denn mit der 87er-Version? Die Kirche hier aus. Hey, was ist hier? Die grüne Kerze irgendwo hin platzieren? Das ist unmöglich. Dieses Ort sah nicht so wie das eine Sekunde vor. Ja, das haben wir eben schon. Ja, wieso einfach den Schlüssel... Ach so, das Ding. Äh, okay, alles gut. Das ist einfach nur unser Safe-Ding. Ne, das Ding sollte uns nicht auf den Kopf fallen, würd ich sagen. Mad... Mad... Sun... ...Hail? Ist das ihr Koffein? Mad... Son... Die Augen ist missing. Was gebracht? Jetzt hier mit runterkicken? Bezweifelst, ne? Ne, ich glaub, es bringt nichts. Was? Oder? Oder soll ich damit gegen das Feuer oder so stoßen? Ich glaub nicht, dass man irgendwas erreichen kann. Ne, es wirkt nicht so. Warte, doch. Ich glaub nicht, dass das bringt. Ne, 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 ich glaub nicht. Das ist Unsinn. Äh, aber ist hier irgendwo ein grüner... Hier ist der blaue Weg. Hab ich die grüne Kerze noch bei mir? Ja. Heißt das, ich werd jetzt wieder von Hans gekillt? Warum auch immer komischer Nazi-Doktor hier... ...chillt? Ich mein, klar, wahrscheinlich ist dann halt die Story, dass halt irgendein Dämon... ... seit sehr vielen Jahren hier irgendwelche Leute übernimmt und hierzu bringt, schlimme Sachen zu tun. Aber... ... bin ich nicht unbedingt ein Fan von, muss ich sagen. Hier? Ne? Ne, nicht hier. Oder... ... ist es eine Kombination von den Sachen irgendwie? Grün im... ... gelben Bereich auf dem blauen Ding oder so? Das ist ja so ein... Ich denk wieder zu kompliziert, oder? Das ist was völlig anderes wahrscheinlich. Hier war ich ja eben. Oder? Oder gibt's zwei von den Räumen wieder? Ne, ne, hier geht's raus, meine ich. Ich probier's bei einem gelben Bereich. Ich mein, ich kann's auf alle Dinger draufstellen. Es passiert ja nix, wenn ich's falsch mache anscheinend. Ich find den Weg schon wieder. Hier? Was ist das eigentlich für eine Ecke? Ist hier einfach nichts. So, okay. Wenn... Ich... Ich probier's halt mal aus, ne? Vielleicht kann ich jetzt irgendwie runterschießen mit meinen Bildern, oder? Ich wüsste nicht wie. Warte, was denn hier? Grüner Urgarten. Nummer 6. Da hinten. Okay. Ich hab das auf den Kopf. Warte. Kann ich hier durch? Ja, kann ich. Okay. Na gut, es gibt noch mehr von denen. Folgt mich hier wieder jemand? Oder bin ich zu der Zeit hier safe? Und ich darf einfach nicht zu der 50er Jahre Zeit hier so rumlaufen, weil da halt dann... Der Nazi-Typ hier seine Action macht. Wirkt sehr, sehr komisch hier alles, aber... Vielleicht ist... Vielleicht ist Jesus hier grün. Bekannt dafür, für grün zu stehen. Ne, anscheinend nicht. Was mit den Engeln? Ich mein, das hier müsste ja gelb sein, ne? Wahrscheinlich hab ich den Typ irgendwo anders nicht lesen können, ne? Der war wahrscheinlich in einem der anderen Bereiche. Wahrscheinlich finde ich einfach die unterschiedlichen Kerzenfarben in unterschiedlichen Bereichen. Dann muss ich einfach irgendwo hingehen und da reinpacken. Das ist ein komisches Puzzle schon wieder. Sehr seltsam. Weil ich muss ja einfach nur Sachen einsammeln, dann irgendwo hinrennen, wo ich wieder ganz lange hinlaufen muss. Und dann... ...drücke ich da dann halt einfach auf eins von den drei Dingern. Wenn ich's falsch mache, ist das halt irgendwie auch egal. Ein gutes... Was ist... Was ist Jesus denn für ne Farbe? Die Farbe der Tod... Die Farbe der Wein... Die Farbe der Jesus' Blut... Die Farbe der Jesus' Blut... Okay, Gott gelb... Jesus' Blut... Die ist rot... Die ist rot... Okay... Kunstwerke... Blablabla... Ja, ja... Was ist das die Belle, die ich im Graveyard hörte? Vielleicht... Richtig... Na gut, dann gehen wir jetzt mal in den roten Übergarten. Aber wo ist denn die letzte Kirche? Irgendwo draußen vielleicht? Egal, machen wir's mal rot. Rot war wo? Blau... Gelb... Äh... Grün... Rot. Vielleicht liegt die irgendwo hier zwischen. Ich hab's einfach gesehen. Ich schau gleich mal. Wer die schon irgendwann finden. Ja... Also es ist immer noch... Es ist ja eigentlich ziemlich hochwertig hier, aber... Es zieht sich ein bisschen. Ich find's jetzt hier nicht so spannend oder so. Ich glaub, es hätt' man auch komplett weglassen können. Es hätt' im Spiel jetzt nicht unbedingt... Geschadet. Was ist das hier für'n Gang? Also sind's... Naja, ich mein' jetzt der Übergarten... Blablabla... Ja, aber... Naja... Also schlecht ist's ja auch nicht. Ach, hier ist kein... Was? Ich mein' das ist falsch, aber... Gibt's hier mehrere drin? Hier hab ich alle probiert. Ich mein' hier ist doch keiner. Es ist nicht das Bild, was ich brauche. Kann ich eins der Bilder ändern? Ne, mach' weg jetzt. Was? Ist da wieder auf'n Hintergrund-Geräusch, oder? Nichts zu bedeuten. Glaub' ich. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Doch, hier geht's weiter. Aber hier war, glaub' ich, Ende, ne? In der Kurve, ja. Okay. Keine Ahnung. Muss ich dafür nicht in den roten Bereich? Geh dafür auch in den anderen? Die grüne ging nicht. Das ist der Weg raus. Okay, bin ich wieder im Kreis. Ich mein' ja... Wahrscheinlich muss ich in die andere... Boah, das ist echt gestreckt. Ja, ich glaub' ich muss einfach in die andere Zeit gehen. Wahrscheinlich ist da unter dem... Ja, da wird unter dem roten Licht wahrscheinlich das Jesus-Bild stecken. Ah Gott, okay. Ja, na gut. Das wär' jetzt auch nicht unbedingt die beste Idee gewesen, muss ich tatsächlich sagen. Na gut. Übrigens, äh, Info. Ich nehm' grad einen Tag später auf. Also genau da, wo ich eben... Äh, weitergemacht hab' die Kerzen so zu suchen. Dachte ich mir, äh, komm. Es ist alles... Es zieht sich ein bisschen... Es ist ein bisschen ermüdend. Ich mach's lieber einen Tag später, wenn ich ein bisschen fitter bin. Und mich dann nicht jede... Vielleicht ein bisschen langgezogenes, äh... Segmentstück dann... noch weiter nervt. Bin ich jetzt ein bisschen... fresh ready. Ähm... Ich muss trotzdem sagen... So, jetzt wo ich mal eine Nacht drüber geschlafen hab, muss ich sagen, äh... Der Anfang des Spiels bis jetzt wirklich richtig, richtig, richtig stark. Das wär' so ne neun oder sowas gewesen. Aber ich finde, äh... Ab dem Moment, wo man das Haus verlassen hat, also in den Keller gegangen ist und jetzt hier ist... Hä? Ich mein' vielleicht kommt die gleichen Highlight, aber bis jetzt... Hätt' alles nicht sein müssen, finde ich. Ich finde, es hat ein bisschen... Der Stimmung gekillt. Und dieses coole Resident Evil 7 puzzleartige... Ich, äh, chill ihn nur in der Umgebung. Von einem Haus und löst halt immer mehr Rätsel. Das Feeling hat sich ein bisschen, äh... Verloren damit, weil es jetzt halt doch ein bisschen... Du musst das sehen drauf, ne, ne? Ne. Ne. Das hat sich dadurch halt leider echt ein bisschen verloren, was ich da... Naja, weiß ich. Okay. Okay. Wir müssen jetzt zurück zu... Zu Hans. Für Hans ist ein paar schöne Sachen zu sagen. So, was haben wir denn jetzt noch alles? Wir brauchen... Ah ne, ich hab' vergessen, das einzusammeln, glaub' ich, ne? Äh... Äh... Vielleicht muss man zurück. Ich glaube, ich muss noch mal zurück von das hier. Ähm... Ähm... Ich meine... Weil ich jetzt ja neu gestartet habe, habe ich die rote Kerze gar nicht mehr, oder? Rot brauche ich die rote? War es rot? Erster rot meine ich. Okay. Also müssen wir hier... Dann noch eins damit. Ich müsste halt auch nicht jedes Mal Jumpscare sound machen, nur weil ich die... Die Zeit wechselt. Beim ersten Mal okay, aber... Jetzt wissen wir ja... Was hier geschehen ist, was hier zu sehen. Vielleicht müssen wir nochmal auf, äh... Den Glockenturm in... Der anderen Zeit gehen, oder so? Was war das hier? Äh... Irgendeine Kerze fehlt mir. Welche fehlt mir dann? Die gelbe? Ja, die gelbe fehlt mir, ne? Die von Gott. Gottes Kerze. Ähm... Welche hab' ich denn alle eingesammelt? Ich hab' Das ist rot, ne? Die Farbe der Todes. Die Farbe der Wein. Die Farbe der Jesus' Blut. Die Farbe der Leben. Die Farbe der Friede. Die Farbe der Friede. Die Farbe unserer kleinen Engel. Ja, wie hab' ich doch... Hab' ich alle sonst? Bin mir grad unsicher. Hab' ich drei gemacht, oder hab' ich zwei gemacht? Fuck. Äh, ich mein' ich schätze, ich werd's gleich rauskriegen, ne? Problem wird nur, dass wir jetzt wahrscheinlich an Hans vorbeilaufen müssen. Werem wir das machen. Ja. Wippwippwipp. Wippwippwipp. Was ich euch bepasst und wenn das das Jahr... Er ist da, blabla... Pass auf. Lass' dich nichts erwischen. Wannser Hans, jetzt der Flammenwerfer. Das war' und er will für ihren gegebenen. Danke schön. Wenn ich durch... Ach, nie, war gar nichts. Ich dachte, bin ein Seil im Weg. hier ist doch nicht so kein fan dieser segment ich verstehe nicht über ausweichen soll weil ich bin da wo er ist kann ich ja schon einfach nur scarce zu sein okay gibt es dann irgendwie muss ich nämlich vielleicht weg locken oder so und habe ich eine gewisse zeit da drin ich muss irgendwie die glocke leuten mit abgelenkt ist oder irgendwas mit seiner frau machen oder so dann haut halt ab vielleicht keine ahnung hätte ich probiere es noch mal hier muss ich die noch mal einfügen das war 87 meine was bin ich jetzt eine save gelb gelb hier ne blau gelb okay und mal hier vielleicht was hier nicht richtig aber jesu nämlich jesus gott mal gott hier hat es mit den bildern zu tun die ich hier sehe hier sehe ich jetzt keins aber vielleicht nicht ja fuck okay also die letzten beiden sind in der schlimmen welt ne verständlich verständlich zwei in der angenehmen zwei in der schlimmen ich mein klar mehr oder weniger thematik mit der kirche und ganzen religions 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 kram passt ja schon irgendwie zu der dämonen thematik aber warum das jetzt genau die lösung für unseren inneren konflikt gegen den dämonen so ist keine ahnung es wirkt einfach mehr wie ein video game puzzle als die story technisch irgendwie loh es wirkt einfach als ob ich eine halbe stunde noch spielzettel zum musste also ich glaube man hätte das komplette segment hier wie rausschneiden können ich finde das spiel wäre eher besser gewesen als schlechter und das sage ich jetzt aus gut und nicht wirklich genervt von der ganzen situation hier weil der staat war richtig richtig stark für das spiel jemand speichert das hier das gut okay so jetzt die frage kann ich da durchlaufen oder muss ich irgendwie erstmal vielleicht quatsch ich mit seiner frau noch mal ich sagte mir was er ist da habe ich auch mitbekommen er kann ich hier nicht hoch ich war hier war zu naja ich war ich bin mit also weil ich muss den perfekten weg finden vielleicht habe ich nicht der lange laufen wo er steht vielleicht sogar als letztes in den roten bereich gehen ich war das mehr oder weniger sind da muss jetzt gehst du mich jetzt wieder als zwei meter vielleicht gut aus hier aber diesmal ist er gar nicht da vielleicht wird das rote einfach als letztes mal vielleicht hört das wir in der bingel sind also ich muss sagen ich fand das voice acting und den charakter von unserem protagonisten am anfang richtig richtig stark langsam gibt es ein bisschen weil irgendwie seltsame sachen kommentiert und ein anderer auslässt aber ich meine wir sind halt auch ein teenager dennoch war das aber die glocke hier oder war das die glocke in der anderen dimensionen ich glaube in der anderen dimensionen aber von hier kann ich gar nicht hoch meine ich oder hat es jetzt geöffnet das kann sein auch immer und ja dieser hans ist ein naja ne ist halt ein hans richtiger hans mit dem hätte es jetzt nicht gebaut bis jetzt war das spielt wirklich sehr 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 stilvoll atmosphärisch äh na gut ok ob das jetzt richtig ist wir probieren es auch mal aus ich meine hier können wir halt zumindest hoch ne aber anscheinend ist die story hat mehr den fokus auf die sachen die halt hier in dieser umgebung passiert sind zusammen mit mit der kirche und so stadt wirklich eine geschichte um was liegt da ein fashion ja da kann ich so zu der frau aber die war doch auch das stand hier gar nicht nur das heißt wieder zurückreisen ich bin ist nervös verständlich so bis oben schnauft hier also spätestens jetzt können sie ja mal die jobs gestern zu lassen jeden moment zeitreise macht da war niemand drinnen aber also Aber... Kein Jumpscare, oder? Das ist der Wurscht, aber EU. Heißt deswegen das Spiel so mit dem kleinen I, wo wir jetzt das I hier... Warte mal. Falsche Zeit, oder? Nee, ist richtig. Madison Hill. 1944. 1984. 1987. Was hat das denn mit... In welchem Kontext hat das irgendwas mit der Story zu tun, dass wir ihren Namen wieder zusammensetzen müssen mit einem I, der in irgendeinem... Tor war und das müsst ihr jetzt hier drauf legen? Ich... Whatever. Kommt, hat er doch gesehen. Wo? Wie so ein verbranntes Ding, ja? Okay, cool. Nochmal? Ne? Einfach nur... Ah, hier. Wurde Gott sagen, wir haben ihre Scheiße kaputt gemacht. Was ist das... ...hier Skull? Yes. Ja, sehr gut. Wieder zurück. Oha, oh, okay. Oho, okay. Riggs? It's sealed off. Wird das Licht weniger, oder? Ja, ein bisschen, ne? Okay, muss er was machen, oder muss er von hin und her rennen? Weil ich meine, es gab so oft ein Horrorspielen. Typisch hin und her rumlaufen bis... Ah, okay. Hey, macht ihr was kreatives hier mit? Nett, nett. Ach... Es würde schon cooler kommen, wenn der Jumpscare-Sound nicht einfach werden. Weil der war... Wir haben den Sound jetzt wirklich... 50 Mal oder so mittlerweile gehört in dem Spiel. Ah, ich bin gestorben, willst du mich ver... Oh, nein. Warte, da muss ich die ganze Segment nochmal machen. Ich dachte es war einfach ein Jumpscare. Oh Gott. Okay. Riggs? Riggs? Ja, Riggs. Alright, also ab dem Moment, wo die Tür despawned... Muss ich wirklich aufpassen und dann irgendwann einfach wegrennen vor dem. Wahrscheinlich ist dann die Tür hinter mir wieder da, ne? Ach, ja... Ich muss meine Maus... Gefühlt fünfmal vom Mauspad hochheben und wieder neu drauflegen, um eine Tür öffnen zu können. Und ich habe ja wirklich... hohe Empfindlichkeit immer. Irgendwas ist ein bisschen komisch. Ist das eher vom Controller kalibriert oder so? Na guck mal... What is this? Warte, ich habe nichts dazu gesagt, oder? Ich weiß nicht, ob das... Hast du realisiert, dass ich... Okay, doch, alles gut. Ah, ja, ich meine, das Segment hier wäre nett, wenn... Nein, egal... Ihr... Kein guter Partner spielt jetzt insgesamt. Alles mit Hans hier. Okay, so... Und du musst hier warten, ne? Hätte ich was machen? Aber ich kann doch niemals von dem Typen wegrennen, oder? Der ist doch 50 mal schneller als ich. Ah, jetzt kann ich rennen! Wofür habe ich es doch gemacht? Achso, ich habe ja noch Schädel. Okay, okay. Ich nehme es zurück. Ja, ich meine... Ja, das ist die Lösung des Rätsels. Das haben wir schon gelesen, das habe ich gemacht hier. Ja, okay, ich meine... Ja... Es wurde ja in mehreren Nachrichtendingern erwähnt, dass halt ihr Leichnam... Da in dieser... In der Kirche irgendwo chillt. Aber wieso lässt mich denn dann... Der Dämon überhaupt dahin? Der will wahrscheinlich, dass wir das machen, ne? Ich meine, ich gehe mir stark davon aus, dass alles zu tun... Genau das ist, was der Dämon von uns will. John? John? This is the fourth time I've tried to call you. Is he dead? Wahrscheinlich, oder? I was able to finally get the information you asked for. And the truth is... The truth is... I'm worried about your family. Generally speaking, Demons try to complete simple rituals... To break the bondage of their souls. To carry out this ritual... You must rid yourself of an object with important sentimental value to you. Offer it as a sacrifice. There were practitioners of witchcraft who became... Haunted as a result of their thievery and dishonesty. They used to steal jewelry from ancient dynasties... To avoid performing the sacrifice directly for themselves... With their own sentimental objects. They brought the sacrifice with the emotions of others. But... This perverse being is trying to go beyond even that. We are speaking of an ancient ritual... Of which very little is known. Seven sacrifices. Seven mutilations. Seven mutilations. Seven mutilations. I believe we are facing a... A body exchange type of ritual. Madison Hale was trying to complete such a ritual... Before she was murdered. And now she is forcing your child to finish it for her. She is trying to steal your son's body. A body exchange ritual? Is that what she's after? Alright. I think there is something else under that plank. I think there is something else under that plank. I think there is a lot of deals on the boat. I think there is a few times. Do you help me? I hope I do. Alright. I think there is something else under that... There is something else under the Ehering. That I have not found. Is that the sentimental value value... The relevant is for the story? I don't know. Maybe it is so meant that... This Hans... ...is already before Ewigkeiten... ...is already tried to do something... ...and that it will continue to do something. But... ...but... I think it is now back to the... ...Haupt Story with Madison. That she will with her Dämon... ...our... ...the Seele overn't even. If Madison was or a Dämon or a Teufel... ...or whatever else... ...is not quite clear. So. Oh. Oh, yeah. Ich glaube, den ganzen Abschnitt... ...hätten wir einfach weglassen können. Aber deswegen... ...hoffen wir einfach, dass ich jetzt weiter... ...hier im Haus bleib. Bei dem Party finde ich sehr, sehr gut. Aber Crowbar ist im Basement. What the hell is this place? Hier durchlaufen können? Ach du Scheiße. What? What the fuck? Das sieht mir aus wie eine Arena. Hier kommt irgendwas auf mich zu, oder? Die Dinger kommen näher? Das sieht mir aus wie eine Arena. Hier kommt irgendwas auf mich zu, oder? Die Dinger kommen näher? Da muss ich hier weglaufen, muss ich hier warten. Ich bin mir sehr unsicher. What the fuck von wo denn? Was denn? Warum die Sachen jetzt... Ich lauf mal raus. Ich bin mir... Ich hab keine Ahnung. Kann ich hier rauslaufen? Nicht wirklich, ne? Nee, nee, nee. Ich soll hier drin bleiben. Ich bin da einfach gegen die Wand gelaufen. Kann ich mal so einen Boden fotografieren wieder? Bewirke ich was, wenn ich ganz ans Licht hier dran drücke? Ja, ich verändere die... Ich verändere die Arena. Was denn? Spiel. Naja, ich... Die Umgebung verändert sich ein bisschen, aber... Aber ich geh'n trotzdem nicht durch, ne? Nicht wirklich. Irgendwie viele Fotos gemacht? Hoffe ich doch. Hier ist. Okay. Spannende Musik. Bistoy. Halt! ich habe keine ahnung die nachricht ist so ganz cool war mit dem basement dann da unten zeigen wir in einem basement ist ob es ein zweites basement geben würde ich bin ja gab es ja auch sie sind schon Oh, die Fotos. Somehow haben die Fotos von ihr. Und sie haben mich geholfen. Okay, gehen wir erstmal auf ein Dachboot und gucken was da ist. Nicht schön mit aufbrechen, dann kann ich nicht. Alright. Kann ich ja weiter Fotos zu machen, passiert irgendwas? Ne. Ne. Was haben wir hier? Das ist gut. Das ist gut. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Was machen wir jetzt natürlich? Direkt zuhören, was da passiert, ne? Obviously. Okay, haben wir 8 von 10 Plätzen. Ich habe das Gefühl, die Schaufel brauchen wir gar nicht mehr. Vielleicht war die nur für ein Erfolg da. Aber ich war halt trotzdem erstmal im Moment. Sonst erstmal anhören. Ja, na komm. Natürlich. Elek. Äh... Da. Ich werde mich verloren haben. Grandma? Ich kann nicht glauben, niemand. Nicht sogar Albert. Wenn du das hörst, Bluenes sind echt. Bluenes? Ich weiß, ich bin nicht verrückt. Und ich weiß, ich habe viel Zeit left. Das fucking Ding. Ich kann es fühlen, es drüben. Ich kann es fühlen, es drüben. Ich kann es drüben. Das fucking Song singen. Und über und über. Und über und über. Und über in meinem Hand. Goh, dann. Genau. Ich bin schon. Du bist drüben. Ich habe mich lớnischen. Was hat er für geschaut? All die Kuchen, wo er diese Song geschrieben hat. Nur für dich. Ah, was haben wir da reingeschaut? Ist so verwirrend, weil man es halt in der Hand hat, während man es hört. Aber es ist immer noch ein Tape drin, glaube ich. Äh, im Recorder. Na gut, dann machen wir mal das nächste Ding auf. Bloonies. Was auch immer das Ding halt ist im Kontext der Story. Jetzt war halt einfach so ein kleines Geistermonster-Ding halt. Warum nicht? Ist hier jetzt der zweite Dreieckschlüssel drin? Der passend. Oder der Schlüssel für... was ist das? Ist das der Ring, den sie in ihrer Diary erwähnt hat? Na gut, dann haben wir den dann auch gefunden. Was mache ich denn mit dem? Okay. Oh Gott. Meine Augen... Meine Augen brennen. Oh Gott. Oh Gott. Ich... 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 ... need to get out of this fucking house. Meinst du, dann würd's dir besser gehen? Ich kann nicht mal sagen, was... Ich mein, das ist ein Auge, was von irgendwas aufgehalten wird oder so. Was mach ich denn jetzt? Steht da? Elizabeth und Albert Maxwell Ja, hier wurde ja so'n Song geschrieben, oder? Kann ich jetzt aufbrechen mit irgendwas? Was denn? Also gucken wir, dass ich jetzt das Ding versteckt hätte ganz kurz. Man sieht's einfach ganz kurz. Oder so. Ich mein, hier wurde ja angeblich der Song geschrieben. War das jetzt irgendwie ein Tipp oder war das einfach nur... ...so'n Story-Segment? Achso, das... Grandpa, jeden Morgen. Ja, äh... Ich mein, ich hab... ...den Ring... ...den Schädel... ...aber... ...kann ich hier mit irgendwas? Kann ich hier irgendwas denn machen? What? ... Oh Christ... okay Ich muss einen End zu stellen. Schön, schön, schön. Uiuiuiui. Gut gemacht. Ja. This is from Grandmas Diary. 73. Ich hasse es, wenn Albert die Nacht durcharbeitet. Sobald es dunkel wird, ist es so, als ob die Welt Kopf stehen würde. Da sind knarzende Geräusche überall im Haus. Und das Haus... Ich weiß, dass meine Sehkraft immer mehr nachlässt. Aber gestern habe ich mich in meinem eigenen Haus verirrt. Und das nicht wegen meiner Sehkraft. Die Räume bewegen sich umher. Ich konnte nicht mehr mein eigenes Schlafzimmer finden. Wir sind hier nicht mehr sicher. Nicht mehr. Nicht, wenn dieses Ding mitten unter uns lebt. Albert war wütend auf mich, weil ich überall im Haus Kerzen angezündet habe. Aber ich habe das Gefühl, dass das Licht uns beschützt. Okay, gut. Jetzt machen wir Licht gleich. Geht ihr wieder auf? Äh, geht auf. Ja, kommen wir, was hier ist. Bung. Ja, das da. Okay, das hier auch. Ich weiß nicht, was ich damit anmache, aber irgendwas wohl. Ähm. Was machen die Schalter? Moment mal. Ne. Alle aus? Das ist eine gute Idee. Äh. Geschädel, der ist es. Ich habe keine Ahnung, ich habe es aber angemacht. Gut. Ich denke, irgendwann wird irgendwas gebrauchen. Kannst du was lassen? Danke. Hm. Achso, wir haben jetzt, jetzt können wir die Küche aufmachen, ne? Ja. Warte mal, ist das hier ein weiterer Tipp für die Gegenstände, die wir opfern müssen? Ne, nicht wirklich, ne? Ja. Ja. Warum hast du noch irgendwas? Ja, ja. Moment, Moment. Ich mache jetzt mit das hier. Aber das Klo können wir jetzt wahrscheinlich auch öffnen, ne? Ist da der Song drin? Ne. Okay. 420. Alright. So, das kann ich jetzt machen. Do not use. Es ist gut gemacht. Ich bin spooky. Geht's kaputt? Ne? Gut. Es wird offen. Okay. Wie viele Stunden muss ich dir sagen, dass es niemand in diesem Haus gibt? Albert, du hast das gemacht mit deiner Scheiße. Albert, hör auf mich. Es ist nur ein Buch, ein verdammtes Buch, Elisabeth. Siehst du? Es gibt niemanden hier. Es ist nicht existiert. Es ist nicht real, Gott. Ich weiß. Alles, was passiert mit mir hat etwas zu tun. Ich weiß es nicht. Es ist eine Krankheit, Elisabeth. Du bist leid für den Gott. Ich bin nicht leid. Du bist leid für deine Geist. Du wirst nicht verlieren. Du bist leid für deine Geist. Das Buch hat nichts zu tun mit deiner Krankheit. Ich wünsche dir, dass du nicht verletzt bist. Ich wünsche dir, dass du nicht so schaffst, wie ein Kind. Stopp hide unsere Sachen und dann deine Geist. Geht's. Du denkst, das ist normal? Du denkst, dass die Pupils vanish wie dust? Ich sage dir, dass das fucking Ding ist das causing das für mich. Enough, Elisabeth. Stopp' zu verletzt wie eine zehnjährige Frau und geh zu beden. Elisabeth! Alles hat angefangen, die wir das fucking Buch gebracht haben in dieser Haus. Es ist eine Krankheit, Elisabeth. Du wirst mich nicht verletzt. Du wirst mich nicht verletzt. Ich werde das Ort verlassen. Ich bin fertig. Und ich nehme Johnny mit mir. Wir sind nicht hier. Hey, 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 hey. Wait a minute. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Du bist verletzt, Elisabeth. Es ist 4 Uhr, Elisabeth. Geht zurück zum Bett, bevor wir dich aufwarten, Johnny. Komm schon. Wir können darüber reden. Du wirst das nicht verletzt. Du wirst alles verletzt. Du wirst alle alleine enden. Nur du und deinen verdammten Kloch! Mal schauen. Mal gucken. Ne. Oh. Ich rein und raus. Ich rein und raus. Was hab ich denn eingesammelt? Betonblock. Was? Ich hab volles Inventar. Äh. Kann hier was los werden? Kann ich einen Betonblock? Was? Ähm. Betonblock. 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 Ne Opfergabe? Kann ich da schon mal Sachen drauflegen, damit die erstmal weg sind? Vielleicht hab ich ja alles. Wenn hier war ja auch noch was drin. Betonblock. Kopf. Ich bezweifle das aber. Kann ich's da drauflegen vielleicht? Kann das nicht. Wenn hier ist Blut. Oder Blut in die erst wenn ich was richtiges da drauflege. Es wird's nicht sein. Halt. Ist es die echte? Es ist Fake Sound. Keine Ahnung. Warte mal. Vielleicht muss ich den. Kann sein. Vielleicht muss ich den Betonblock aufschneiden. Vielleicht ist halt was drin. Das könnte sein. Ne. Betonblock. Ich bin nichts in dem Bereich hier. Nichts im Keller. Nehme ich mal die Fotos mit? Was? Ich glaub. Was? Ich glaub. Ich glaub. Komm. Hier. Das Ding werd ich nicht mehr brauchen. Glaub ich. Glaub ich. Vielleicht doch. Nehm wir's mit den beiden Kisten. Vielleicht müssen wir dir. Da drauflegen. Ja. Die übertriebenen Ambient Sounds machen tatsächlich fast ein bisschen. Ach. Die bluten manchmal aus den Augen. Manchmal nicht. Je nachdem. Ja. 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 Kann ich's öffnen? Was? Was? Was passiert? Ach. Hier ist Blut reingelaufen. Das ist passiert. Okay. Kann ich's jetzt öffnen? Kann ich irgendwas gucken noch? Ne. Warum ist der so ein... Was ist das für ein Sound? Ja. Vielleicht kann ich das aufschneiden. Ich weiß nicht warum du nicht einfach den Hammer dafür nimmst oder so, aber... Vielleicht. Ja, okay. Okay. Wir sind... Wir sind... Ja. Ja. Okay, also meine Opfer. Madisons Opfer. Schädel. Ein Körperteil von mir. Ne. Irgendwas, was mir was wert ist. Aber ich mein, der Ring ist mir doch nix wert, oder? Vielleicht doch? Ich mein, das ist doch kein sentimentaler Wert für mich. Geht doch schief, oder? Meine Kamera. Na ja. Na gut. Wieso geht das? Oder ist das jetzt ein böses Ende, was ich erreiche? Weil ich halt... gecheatet habe. Ich mein, ich hab's ja effektiv eigentlich gestohlen, ne? Oh je, je, je. Muss ich gehen? Ne, tue ich nicht. Muss ich jetzt irgendwie... Ich muss die vier Digite finden, um die Tür zu öffnen. Sie müssen irgendwo sein. Was? Warum gehen die manchmal direkt wieder zu? Mal drei. Und hören wir uns das mal an. Da bin ich doch gespannt. Im Spiel sich bewegt? Ich glaub ja. Da bewegt sich doch einiges. Ist das richtiger? Nein, ich hab wieder... Naja, das... äh... Diesmal. John, ich muss Ihnen sagen, wie gefährlich diese Dämonen wirklich sind. Ja. Ich habe ein paar Exorcismen in meinem Zeitpunkt. Nicht alle leben, um die Geschichte zu erzählen. Diese Menschen sind nicht жив. Und das macht sie stärker als wir. Sie... Sie... Sie sich mit uns. Sie lieben unsere Angst. Sie schützt uns das Angst. Sie schützt uns das Angst. Sie schützt uns das. Es gibt ihnen Kraft. Es gibt ihnen Kraft. Wenn einen von ihnen zusammenhört uns zu uns... Es ist all, aber nichtuteslos zu stoppen. Sie spielen mit unseren Wordenen in demies. Sie spielen mit unseren Wunden und Minden. Until sie suchen, was sie are. Sie finden, was sie versuchen zu fühlen. Sie sind nicht mehr Mensch. Sie sind nicht mehr Mensch. Sie sind nicht mehr Mensch. John, ich implelle Sie, 不chte Hilfe. Sie sich um Hilfe. Ich werde identifizieren den Frau du meines Wissen. Sie haben sich einen. Madisyn Hale. Und ich werde zu Hause mit Ihnen zurück. Sie können auch noch ein Ursache. Du hast alle diese Informationen aus dem Gehebungen aus. Der Kamera überrascht, als du diese Beweise kriegst. Aber bitte bitte, bitte bemerke. Wenn dein Kind schon bei dieser Entite mit Kontakt hat, seine Leben und deine Familie in der Beste sind in Ärger. Chanel, was habe ich gemacht? Ich werde das eine Möglichkeit finden. was hast du gesehen? was hast du gemalt? ey das mit den Türen, ne? ich denke ich habe so etwas gesehen in dem Haus ja hier ich sollte vielleicht da drauf gucken oder? was? nein nein nein, nicht wieder nein, verdammt ich kann nicht fühlen meine Finger was passiert mit meinem Körper? ja hier hin, ne? wenn da war noch ein rot beleuchteter Raum irgendwo? wahrscheinlich der Code den ich gerade raus bekomme, ne? für irgendwas? wahrscheinlich für den roten Safe? wo war denn der? äh kann nicht rein hier war dann rotes Licht, oder? ja ne? ok wofür ist das denn überhaupt ein Puzzle? ich meine das war auch eine andere Form von Licht, wahrscheinlich meinst du wirklich eine Glühbirne? wo war denn noch? wo war denn noch rotes Licht? pfff ich glaube im alten Teil des Hauses nicht, ne? Dachboden auch nicht im Keller meine ich auch nicht, aber vielleicht schon na gut, äh warte, was hab ich denn? nicht das äh hier ist komm, muss da draufstehen auf dem Foto nenne ich das ne 1? ne 1, ne? ah, ist ne 1 ich mach die Fotos weg, die ich nicht brauche ne juf weg jetzt ist scheiß ne eiei, weiter ja klar, das ist wahrscheinlich so sein, dass die Türen nicht weg und so umso weiter spinnen umso länger man spielt und die ganze Umgebung halt schlimmer wird ach komm, ich muss doch nicht alle wegwerfen, warum mach ich das überhaupt das ist egal eigentlich war ich hier unten? ne, da war auch kein rotes Licht oder? ne nix da ist nix keine Ahnung doch hier irgendwo? hm da ist irgendwo ein ganz kleines rotes Licht, das irgendwo leuchtet oder bedeutet irgendwas anderes hallo danke wo klopft das denn überhaupt? dahinter? ja ja wieso mach ich eigentlich das Ritual fertig? wenn was ist denn was bringt mir das denn genau das zu tun, was der Dämon von mir will? von Madison warte mal ne das ist ja auch aus warte mal hm das einzige rote Licht war halt da hinten oder muss ich da irgendwas anderes machen, ich guck mal oben ich guck mal den hier eigentlich ah ne da war das eine collectible dazwischen ja wofür ist denn das Gewicht jetzt da? was ist das denn? was haben wir alles dabei? was haben wir alles dabei? davon ist es nix mein Gott bei uns fehlt mal ein bisschen vielleicht kann ich oben wieder irgendwo nochmal weiter gehen in diesem Bonusgebiet da wir müssen weiter umschauen oder so ok ich mein ja wir nähern uns dem Ende des Spiels wahrscheinlich so ernst halt die die ganzen Sachen die passieren können noch ein bisschen weiter abgehen und zwar alles noch schlimmer schön auf jeden Fall schön auf jeden Fall ist das ein rotes Ding oder sowas expectable Ding? ne da hätt ich eins versteckt ok keine ahnung hm soll ich mal in den Keller gehen? sonst war ich überall oder? ach komm ich geh erst nochmal da hinten dann schau ob ich da wirklich nicht irgendwas übersehen hab weil das ist ja das naheliegendste ne? das einzige rote Licht im normalen Haus kann ich so gerne in die Nähe davon gehen und dahinter war irgendwas? hm ich hab ja schon alles probiert aber ich hab ja schon alles probiert aber das haben wir auch schon angeschaut ja den Raum können wir noch nicht öffnen wie machen wir das hier? ob da aufsteht irgendwas? dann würde ja sehr wahrscheinlich grad der Code sein ich versuche rauszubekommen erstes eins sonst sonst weiß ich glaub ich gar nicht mehr darüber wie man den bekommen soll hey ich verstehs nicht hm muss ich mir das Foto mal anschauen Neues machen? ich glaub ich jetzt wackeln müssen das geht im Nachhinein ja nicht, ne? das ist ein Fenster neben ich dachte da wäre eine Bonustür jetzt auf dem Bild zu sehen aber das war nur das Fenster na gut ja ja keine Ahnung wo geht's weiter? wo geht's weiter? ich geh mal in den Keller gemessen oder ist jetzt irgendwas auf dem Boden gefallen zusätzlich muss ich nochmal ein Bild davon machen? naja was? aber die Sounds die ganze Zeit ich meine da unten war nix mehr ich glaub ich kann da nicht mal mehr runter na doch mal gucken ne 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 Hier drin ist nix. Hier ist die eine Hälfte von dem Code und die andere Hälfte von dem Code ist in dem Uhrenzimmer wahrscheinlich. Ja, Blue News is real. Blablabla. Shut the fuck up. Ist hier drin noch irgendwas? Das ist Notizbuch. Ganz viel Medizin. Es geht immer noch nicht auf. Auch nicht. Was ist der Krams? Nichts. Hier ist noch weniger als nichts. Oder ist hier mit irgendwas? Nö. Ne, sonst auch nichts, ne? Ne, war einfach nur das Rätsel. Was überhaupt für ein Raum sein soll? Hier ist einfach nur ein Waschbecken drin. Vielleicht sind wir alles, was wir jetzt hier waren, die mir gar nicht mehr der Realität ähneln, weil wir halt wirklich einfach so eine Halb-Dämonen-Dimension mittlerweile sind. Aber Ich hab keine Ahnung. Ich mein, die Dinger sind halt die Boll noch, ne? der kann ja nichts machen. Ich geh nur mal in diesen Opferraum. Vielleicht, ich mein, da waren ein paar Bücher, auf denen Sachen standen, die hab ich ja schon ein paar Mal durchgelesen, aber die wirken jetzt nicht, als ob das irgendwelche Schritte wären, die ich genau äh, nachmachen muss oder so. Ultraschung noch mal. Muss ich hiervon ein Foto machen oder so? Im ganzen Raum, irgendwie sowas. Ne. Hat sich hiermit was verändert, steht irgendwie jetzt Undercoat. Und nach 1968, muss ich vielleicht das jetzt nochmal eingeben? Oder haben wir irgendein neues Datum, was jetzt irgendwie mehr Sinn ergibt? Geh einfach mal jedes Datum von 1920 durch. Vielleicht ist irgendein Geburtsdatum von irgendeiner Person. Jetzt geht das. Ich hab's halt schon am Anfang schon mal probiert, aber... Nee, das ist es nicht. Ich mein, es kann ja sein, dass halt irgendwie ein Puzzle erst geht und was machen soll. Und ich weiß nicht mal, was alle Daten waren, die schon mal vorkamen. Aber vielleicht ist es halt jetzt eins davon, was ich schon mal probiert hab. Nee, das ist ja auch unwahrscheinlich, ne? Bite of 87? Fragezeichen. Die Frage, ob's überhaupt funktioniert, wenn ich jetzt so durchspringe. Ist mein Geburtstag vielleicht? Ja, 2200 irgendwas. Ist mein Geburtstag. Jede Zahlen-Kommission durchgehen, die in irgendeiner Form existiert. Nein, es ist nichts davon. So geht das noch nicht auf. Kann ich die Dinge aber wieder wegnehmen? Nein, kann ich nicht. Das ist doch der Erfolg, den ich bekommen hab. Make the four virgins cry. Schön. Dann hab ich das wohl gemacht. Okay, was ist denn mit diesem Buch hier? Ja, Buddy-Exchange-Ritual. Das ist das, was ich machen will. Korrekt. Ein Objekt von sentimentalem Wert. Wie zum Beispiel ein Ringenjern hab ich da drin. Seven Sacrifices. Ich hab zwei getötet. Madison hat vier getötet. Das ist ein Opfer fehlt noch. Two Buddies. Äh, den Gast und den Host. Menschliche Asche. Ich glaub, ich brauch nur einen Leich und menschliche Asche. Menschliche Asche geht ganz gut. Wo krieg ich menschliche Asche her? Liegt irgendwo Asche rum, die ich vorher irgendwie nicht... Heinz, kann ich vielleicht zurückgehen oder so'n Scheiß? Nee, ne? Ich kann nicht zurückgehen. Nee, das meinst du auch nicht. Warte, was? Aber wenn hier mich irgendwas anschauen würde von oben, wäre das ein großartiger Scare. Ich glaub halt eigentlich auch, dass ich erst mal diese komischen... Hat hier was verändert? Nein. Ist das hier ein Bonus-Puzzle mit den Dingern? Weil die sind halt überall. Und die haben die gleiche Form wie... Nicht ganz. Na doch, aber halbwegs eine ähnliche Form wie diese Planetendinger. Aber die kann ich auch nicht mehr einsammeln jetzt. Hä? Wo könnte denn die Asche von meiner Oma liegen oder so? Kann ich nochmal zurück auf den Friedhof? Nee, ne? Und hier lässt mich ja nicht mal mit irgendwas anderes interagieren oder so. Hm. Ja? Nee. 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 Es ist schon ganz cool, wie die ganzen Sachen langsam alle echt auseinander fallen, aber... Das ganze Spiel lang hat's halt schon ein bisschen übertrieben mit den ganzen... ...Hunterfall-Scares und hier... ...PUSCH! ...Halt explodiert und so. Das hier jetzt halt dadurch ein bisschen den Effekt verloren hat. Ja, ich hab's Gefühl, ich muss irgendwie in ein einzelne Zimmer rein. Und da ist das eine Puzzlestück, was mir dann halt einfach weiterhilft. Ja, es muss doch irgendwas dahin. Kann ich hier irgendwie durch? Ich hab's nicht gesehen. Nein. ich meine das zimmer ich bin wo wird es denn realistisch verstecken da drin oder im tresor im safe ist eigentlich ein bisschen wahrscheinlicher weil ich irgendwas in der nähe was ich könnte hier von einem bild machen muss ja das ding hängt der gab ich gar nicht gesehen vorher was war vorhin auf dem boden ist hier im boden wenn hier ist das scheiße oder ist das einfach nur ein unglücklicher zufall und es ist völlig egal was ist genau was ist noch dem ein rotes licht in der dunkelheit ja das ist halt exakt das hier irgendwo ein winkel den ich nicht fotografiert habe wo ich irgendwas sehe irgendwas verändert ich schätze dass es ist etwas völlig anderes und es lockt mich halt völlig auf eine falsche spur hier was kann ich denn noch machen ich werde eigentlich nicht nachschauen müssen aber ich glaube ich bin auf einer völlig falschen fährte ich laufe noch einmal rum wenn ich es nicht finde dann gucke ich mal nach wo ich was zu dem zeitpunkt das nächste gebiet ist in dem man zumindest schauen muss ich muss irgendwo rein schauen warum sollte ich nicht vielleicht ist sowas so was ich meine ich gehe nicht davon aus dass irgendwas verpackt ist aber es besteht halt immer eine chance ich weiß doch wirklich nicht wofür ein gewicht da sein könnte ich meine ich brauche in irgendeiner form was soll der ausbrechen die ganze zeit so ein gutes zeichen was da reingelegt was ich dann brauche vergessen habe ich bin theoretisch irgendwas ausgraben aber wenn ich mal ja auch nix mit hintergehen ich habe nix darauf anwenden ich muss ja wirklich den code wissen das reagiert gehe ich mal von aus ich schaue mal nach die tür genau nehmen wir zu sehr schön ah fuck off okay okay wäre ich niemals drauf gekommen okay es hat mich ja ich meine vielleicht kommt man drauf die idee ist nett die idee ist nett aber das rote licht dahinten das hätten sie dann wirklich nicht rein designen dürfen weil das macht es kaputt und noch dazu haben wir ja wir müssen das licht ausmachen weil dann finde ich wohl irgendwo ein rotes licht was leuchtet dann muss ich da ein foto machen die idee ist cool aber das eine rote licht dahinten hat und sind halt welche wo denn ich weiß nicht wo die front door ist was ist die front door in dem haus hier keine ahnung alter das ist doch nicht ach so die front door von nicht richtig keine ahnung von opas haus das ist vielleicht Perfekt Ja, scheiß auf sich halt an Ja Ah, da waren, boah wie fies Habts gesehen? Da war ein collectible Bild an der Wand beim vorbeifahren What? There are no numbers on this one You, 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 you You, 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 you That's Boah, ich kann jede verschiedene... Ach du Scheiß. Okay, warte, kann ich hier ein Foto machen mit dem Ding? Peace. Ach, das sind die verschiedenen Opfer. Okay, okay, ich muss natürlich jeweils die richtigen Opfer finden. Was ist hier? Ne, hast du nicht? Ne, hast du was dabei? Können wir, den haben wir dabei, Alter. Erzählt? Okay, machen wir jetzt mal Ebene 1. Wir machen lieber mal der Reihe nach. Jetzt, nachhinein, der Reihe nach. Kann ich hier raus, jetzt? The second victim was her 71-year-old mother. Found. The first victim was her 71-year-old mother. Madison mutilated his body in such a way, that his face was unrecognizable. His body was found in pieces inside the well, along with the other corpses. The third victim was found in pieces. Mmh-hmm. So far, his left leg and three fingers have not been found. Ich meine, das ist er, oder? Hail? Ist der einzige Hail hier? Ja. Ich will bitte mal anschauen, die ich mache. Gut zu sehen. Alright. Hier ist ihre Mom, ne? Die second victim was her 71-year-old mother. According to police reports, Madison amputated both of her legs while she was still alive. The woman passed away due to create loss of blood. Can't see your shit. The second victim was her 71-year-old mother. Sure. Nehmen wir uns das Licht an. Ja, das ist es. Bin ich in Gefahr? Ich hab keine Ahnung. Wenn dieser Jumpscare-Sound, der permanent im Spiel gespammt wird, verliert sehr an Effekt. Wie alt? Ne. Warum denn jetzt schon wieder? Theoretisch könnte das sein. Wer haben denn hier? Die kommen vom Datum besser hin, ne? Können wir ihn noch freilegen? Ne. Ja, das kommt eher hin. Jetzt ganz oben. Und wie ist er das letzte Opfer, ne? Zum Spiegel jetzt ein Bild machen. Eigentlich will ich mir das Bild angucken. Ah, fuck. Zu spät, ne? Egal. Ach, für das Uhrenzimmer. Wir haben ein bisschen runterspiel. Die Puzzles sind ja ganz nett. Aber jedes Mal ein Jumpscare-Sound, wenn man einfach nur ein Bild macht, was er ist, was er ist. sehr gut äh, was haben wir jetzt? Uhrenzimmer Können wir das Licht wieder anmachen, bitte? Das macht man Warum ist hier ein Safe-Punkt? Oh, no, no, no Geht das nicht mehr, oder? Vielleicht bleibt es jetzt nur für den Rest des Spiels Oh, no Oder geht das? Aber warum haben wir denn überhaupt das Licht ausgemacht? Warum war da... Ist mir egal Alright Ohi, ohi Männerzimmer Das sind Hobbys Hobbykiller Mein Körper Meine Hände Das ist... was der Priester gesprochen hat Oh, das Ding ist... Das Ding ist... Das Ding ist von mir Nice What the fuck is this even mean? The house is full of clocks Das stimmt Äh, wie viel Uhr? halb zwölf äh elf fünfundzwanzig und muss den richtigen finden der genau darauf zeigt oder abgeschlossen nein keine ahnung wovon denn nicht für die tür? welche sind denn wieder die dinge? ach ich muss die richtige uhr fotografieren sind alle ein bisschen eine stunde weit vorne das ist bestimmt nicht mehr die lösung oder? wahrscheinlich muss ich einfach irgendwas finden also warum liegt irgendwo oder? ne das ist es nicht kann ich das irgendwie öffnen? ach jetzt kann ich doch drauf, eben konnte ich es nicht na gut ich war eben noch im dialog ok gut ja dann haben wir das halt auch irgendwie ähm neun links, elf rechts acht war das letzte neun links ok neun elf dann rennen wir wieder hoch ein bisschen viel rennen ne? gucken wir mal nach neun elf acht wo war das nochmal? rennen meine ich ja nochmal durchrennen rechts, links, rechts, rechts und links, rechts, links, rechts links, rechts wenn wir nachschauen haha links, rechts, links neun elf acht neun elf acht neun elf acht ja gut wir laufen einfach nur anscheinend hier ist das arschlochrote licht nehm ich dem übel nehm ich dem sehr übel neun all right her kann ich ah halt Richtung Mausrad ok neun wir sind schon mal vorbei oder? was? ach es sind die Schritte nicht die Uhrzeit ok gut ich hab die ganze Zeit gedacht ich bin nicht zu blöd um zu verstehen was die Uhrzeit drauf ist hab ich irgendwas falsch berechnet oder sowas äh falsch gesehen oder so aber nein ich muss einfach nur die Schritte in der Anzahl in die Richtung gehen und nicht auf die Uhrzeiten naja 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 John mein Sohn ich bin alt geworden und war schon so lange auf dieser Welt ich bin stolz darauf was deinem Mann du geworden bist und ich bin so glücklich über die Zeit mit meinen besten mit deinen beiden Enkelkindern Luca und Chanel die du mir geschenkt hast ich schreibe diesen Brief damit du eines Tages das alles verstehen kannst was mir gerade durch den Kopf geht und um die Geschichten zu widerlegen dass ich ein alter wirrer Kopf sei Gott existiert und Satan ebenfalls mein ganzes Leben lang wollte ich nicht daran glauben doch mit der Zeit wurde mir klar dass ich völlig falsch lag deine Mutter ist überhaupt nicht krank gewesen doch ich konnte ihr trauriges Ende nicht abwenden ich mag weit hergeholt klingen aber Blue Nies ist real es klingt wie so ein Kindermärchen oder so na gut ist sie im Endeffekt auch keine von den Fachleuten konnte die Ursache für ihren Zustand herausfinden ganz zu schweigen in einer Behandlung um mir diesen Kampf zu erleichtern wünscht wirklich dass ich in der Zeit zurückreisen könnte um ihr zu sagen ich glaube dir ich versuchte 15 Jahre lang Kontakt mit ihr aufzunehmen ich wollte nur noch ein letztes Mal mit ihr reden bald werden wir uns wiedersehen dann kann ich sie um Vergebung anflehen diese Einsamkeit erinnert mich täglich daran wie schwer das Leben ohne meine liebste Person auf dieser Welt geworden ist wenigstens kann ich ihr Gesicht in jedem Raum dieses riesigen Hauses sehen was das Haus angeht äh was das Buch angeht ich hab versucht es zu verbrennen es zu zerreißen es zu vergraben aber es war alles vergebens irgendwie kommt es immer wieder zurück deshalb bewahre ich es jetzt unter Verschluss auf ich werde nicht zulassen dass sich diese Geschichte wiederholt danke dass du für mich der Sohn warst den ich mir mal erträumt hatte in Liebe denn Papa alright was denn jetzt schon wieder alter weil da ist irgendein Code drauf oder so ne ne irgendwas nein alright wir haben aber 8 Uhr 20 keine Ahnung werden wir wohl irgendwo draufstecken müssen hier waren so viele Uhren muss es bei bei muss es einfach warte mal hier denn drin ne komm da draufstecken das ist es wir hören wir hören die Uhrzeit sehr schön also ist denn was ist denn Blue was hat das überhaupt mit irgendwas zu tun ist Blue Nies der Dämon der alles angefangen hat oder keine Ahnung oder sind es einfach mehrere Storys die irgendwie miteinander verschwimmen hier unten was ist hier drauf 5 Uhr 12 haha metaforisch ok äh bewegen die sich? nein nah dran ah shit ok aber ich kann das nicht mehr war es richtig? was habe ich gemacht? wenn da ist ein vielleicht muss daneben immer sein was haben wir hier? 745 ja ich meine ich schätze ich muss irgendwo hinstecken wo an der gleichen Seite oder so die gleiche Uhrzeit ist haben wir irgendwo 745? ok wir sind immer alle in dem gleichen Cluster ne? es ist immer die gleiche Uhrzeit nebeneinander oh es ist echt viel einfach nur rumgelaufen und backtracking ne? ne 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 die sind alle hier die Uhrzeit das muss wahrscheinlich später machen ok 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 ja wir sollen gar nicht rausgehen mit dir Kann ich das da reinstecken? Funktioniert das überhaupt? Ja, ich kann die theoretisch austauschen, aber kann ich die wieder zurücktauschen? Ja, kann ich auch. Fuck, das heißt, das erste ist vielleicht gar nicht richtig gewesen, oder? Was hab ich denn jetzt? Ah, das ist das von eben. Keine Ahnung, vielleicht war es doch richtig. 12, 25. Ich meine, ich muss wahrscheinlich alle irgendwie kombinieren, bis ich am Ende halt eine ganz bestimmte Uhrzeit habe, mit der ich irgendwas öffnen kann, ne? Ja, wenn ich die einfach alle irgendwo reinstecken kann, kann ich das? Ja. Ich glaube, ich verbaue es mir hier gerade, so ich muss wahrscheinlich gleich zurückrennen und alle wieder einsammeln, ne? Aber vielleicht geht es ja gar nicht darum, was eine Uhrzeit ist, sondern ich muss einfach nur irgendwelche irgendwo eingeben, bis ich halt am Ende... Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Oder müssen alle irgendwie richtig sein? Das wirkt nicht richtig. aber das ist die uhrzeit die oben dran war volles mental da auch noch ja das ist die uhrzeit wo war denn überhaupt noch eine uhr übrig ich mach das ich bringe es gerade einfach alles nur durcheinander oder ich glaube ich ich meine ich kann eh nur eine uhr auf einmal tragen aber ich glaube ich leg mal kurz irgendein random item ab was ich wahrscheinlich brauche wenn ich zumindest zwei plätze habe wenn sie irgendwie doch zu auf einmal nehmen kann das hängt auch ablegen ich wollte das nicht mehr okay eine wand ist immer komplett die gleiche uhrzeit ich schätze ich muss die alle unten rein bringen was sind denn die die vier uhrzeiten hier unten ich bin von allen mal lieber ich schreibe mir mal kurz alle auf und ich weiß welche wahrscheinlich muss ich hier im ganzen haus ist das anstrengend im ganzen haus sammeln dann hier hinbringen ist wahrscheinlich die lösung hier haben wir ja die ist schon mal richtig die ist ja schon mal richtig also die muss man gar nicht merken wir haben hier haben wir 1.30 die hatten wir eben sogar irgendwo 1.30 brauche ich noch 1.30 12.25 und 39 ne ja all right dann äh schätze ich habe ich einen davon ich bin dabei 1.50 das hilft mir nicht weiter das hilft okay ich renne einfach durchs haus wir sehen uns gleich ja 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 lässt das doch hier ist richtig oder brauche ich das 9 ist 9.39 9.39 gebraucht ne ja ja dich brauche ich oh hier ist sogar das nächste direkt das ist praktisch so jetzt äh 1.30 ich habe gerade eingesammelt 1.30 für hier gut das brauche ich nicht noch das brauche ich nicht was brauche ich denn noch ich brauche jetzt noch 12.25 oh Gott wo ist das denn vielleicht habe ich das hier irgendwo außerhalb hingelegt wo war noch eine Uhr auch hier war noch eine noch ein Jumpscare wieder ne okay hier ja sehr gut okay ich habe ein bisschen Glück gehabt dass hier alle nebeneinander lagen mehr oder weniger zumindest habe ich die zufällig so platziert dass ich dann irgendwie eher recht angenehm einsammeln konnte wirklich die Jumpscares in den letzten ein, zwei Stunden nerven wirklich einfach nur nerven einfach sehr laut geht es mir der gleiche Sound geht es mir die gleiche Explosion vor dir muss jetzt nicht sein okay euch das letzte Ding wahrscheinlich jetzt ein Foto hiervon vielleicht ja die Uhren bewegen sich alle ne Jesus das ist das das ist das das ist das das Gewicht wahrscheinlich ne was ist denn mit der Uhr hier unfertige Uhr was mache ich denn da mit oh hallo unfertige Uhr du musst ja echt nichts Gewicht dran hängen ich meine es ist so offensichtlich platziert und es hat sich halt hochbewegt in dem Moment wo ich ne okay anscheinlich komisch unfertige Uhr na ich schätze mal irgendwas passiert wenn ich rausgehe oder ja ja ich kann 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 verständlich mein whole body ist weg warum ist das passiert mit mir hast du denn Todesquallen wie du was neues gemalt ja wo fangen wir an außen oder innen 1 2 3 4 5 6 ne ich glaube wir fangen ne doch doch wir fangen außen an 6 links 1 2 3 4 5 6 5 4 fangen links an ok 6 5 4 machen wir da finden wir bestimmt nichts drin was der Dämon will was du findest da ist bestimmt die Asche drin oder ja wahrscheinlich schon jumpscare wieso werden wir eigentlich gejumpscared wenn wir das machen was der Dämon will ich verstehe mal nicht welche Maus der Dämon ist ok 1 also ja 1 2 3 4 nein falsch gezählt wo ist mein Titsblock andersrum vielleicht ne doch dann wird es mal andersrum fangen links an 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 5 6 nein hab ich verzählt 4 5 5 1 2 3 4 5 6 ist anders gemeint irgendwie 1 2 3 4 5 6 6 nach links 5 nach rechts oder ist der letzte der Pfeil nicht gemeint der soll nur die Richtung angeben maybe ne oder wieso bin ich eigentlich auf 4 gekommen am Ende ist ein 5 könnte daran liegen könnte definitiv daran liegen stark was soll jetzt 6 5 5 6 5 5 zuerst links ich bin ja die Einfolgerzeit egal ist der Ende und Anfang links 5 ist nicht egal whatever ignoriert was ich gesagt habe ich mache einfach hier so jetzt 5 ja bin müde what the fuck alter ja ich nur wie das Geld ja auch nicht das ist ganz nett gemacht ich meine wir sind halt so im Arsch und uns ist so alles egal dass wir nicht mal kommentieren dass da halt wie eine Million Dollar oder so drin sind weil halt was soll man damit anfangen bitte jumpscapes nicht auf dem Weg nach da hinten ich meine ist das hier ich meine das war ja unser Dads Zimmer ne hier was finden wir hier drin das nächste Puzzle um den Vogel zu retten sprang der Hase in die Luft und ließ die Freunde zurück die Schlange unterhalb der Ratte blieb da während der Hai in den Tiefen diesen Plan erdachte okay was hier ist das Buch von das ist ganz cool gemacht weil das ist halt das was die Entwickler mir auch zugeschickt haben das verfluchte Buch nett nett gemacht okay den Platz hab ich in den Tag nicht viel hier geht es um die Gewichte der Tiere oder geht es darum was hier ja okay okay der Hai ist ganz unten was war das schwerste das hier gerade eingesammelt hast das hier wahrscheinlich das quietscht ja nicht die ganze Zeit das sieht ziemlich tief aus hier was ist ganz oben Rabbit oder ja Rabbit ach die Uhr die gehört dazu die wiegt am wenigsten ja nee gar nichts wiegt am wenigsten ne äh got it got it was ist weiter oben ok Ratte kommt als nächstes mach ich da mal die Uhr dran das Ding oder ist hier noch irgendwo ein Gewicht was ich übersehen hab Rabbit am weitesten oben lange unter der Ratte ich glaube hier ist irgendwo noch ein Gewicht oder das muss ich mitberechnen das quietscht nicht was ist das denn wir müssen ja dran ne das zählt nicht ok wo ist noch ein Gewicht ich hab was neues bekommen sonst noch oder kann ich irgendwas anderes da dran hängen Hammer was ich hab noch eins oh what upsie ja ok welches ist das die beiden muss tauschen glaub ich ja das ist exakt das Buch was ich hab ok jetzt seht ihr es auch noch das ist ganz cool vor vielen vielen Tagen gab es eine Kreatur mit unbekannten Namen sie hatte stets allein gelebt und nicht nach Gesellschaft gestrebt in einer eisig kalten Nacht erlitt sie eine Plage und schlief dann für zwei Tage am dritten Tag erwachte sie in völliger Dunkelheit und fühlte sich geschunden oh graus ihre beiden Augen waren verschwunden die Kreatur kroch aus dem Bett und krabbelte auf der Suche nach ihren Augen umher doch sie fand diese nicht mehr sie kroch und schlurft und ihre Knie wurden blau und taub ihre kullernden Augen wurden zu staub bis heute will sie es nicht es sich bis heute will sie es nicht eingestehen und ihre Suche muss fortbestehen jetzt nimm dich in acht vor den Augen und schalte das Licht ein denn wenn du nicht entkommst dann sind deine eigenen bald sein er fürchtet das Licht nutze was helles um dich zu schützen oh Zeitreise wieder äh 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 oh dich da reinwerfen hi mein Name ist Johnny ich weiß das ist unmöglich aber ich denke Vater hat das geschrieben was zu sehen was zu sehen Augen oh okay okay nett 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 uiuiuiui stark ich hab einen neuen Freund sein Name ist Blue Knees all right all right yeah jesus war das gut war das falsch what the fuck am I doing ich verstehe den Kontext von dem Ding zusammen mit der Story nicht aber es ist cool gemacht auf jeden Fall und sieht stark aus muss ich die alle abspielen ist das mein wieso wie die Dinger platziert sind habe ich das Gefühl dass ich angegriffen werde während ich das mache oder oh oioioioioioioi oio joioioioi not bad Okay. Cool. Cool, cool, cool. Ist die Reihenfolge, die falsch ist? Was denn geht's mir von vorne an, ne? Ich zieh's mal durch. Und wenn ich sterbe, sterbe ich. Das ist stark. Das ist ein starkes Segment. Es ist gut, es ist gut, es ist gut. Ich glaube, es geht vor allem darum, dass man es einfach durchziehen muss. Gut, 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 gut. Sehr gutes Segment. Mach ein Foto. Nein, nicht. Mein Gott. Du hältst einfach deine scheiß Kammer in die Hand und könntest nicht erst das Foto angucken können, was sie gerade gemacht haben, dann hättest du das Problem jetzt nicht gehabt. Aber hey, dein Problem. Okay, okay, muss ich alle wieder von vorne machen? Okay, muss ich eigentlich reinwerfen? Weiß ich nicht, ne? Oh, fuck. Ich sage nicht, ich muss alles nur von vorne machen. Das ist ja rough. Okay. Okay. Ich glaube, ich muss einfach durchziehen. Ja, es ist ärgerlich. Okay, nicht abbrechen. Ich glaube, ich kann während des... Ich nehme es zurück. Okay, was muss ich... What the fuck muss ich denn noch machen? Kann ich die Türen schließen in den Räumen? Aber prinzipiell ist das sehr, sehr cool. Eine gute, spooky Idee. Wäre vielleicht eine coole, wenn man halt die Tür dabei im Blick behalten könnte. Das Ding nicht komplett resetet, wenn man es einmal loslässt. Äh... Gut, gehen wir es mal hinten an. Vielleicht soll ich einfach die Türen zumachen. Vielleicht kommt er nicht rein. Bestimmt kann er rein. So, wenn er nicht rein kann. Hier ist jemand eine Tür. Stark. Wait, what? Ach, das ist ja raus... Okay, die Dinger speichern aber auf jeden Fall. Das Ding ist ja rausgepoppt. Okay, wenn ich eins fertig bekomme... Liegt hier. Bloonies is always in the dark. He hates the light. Also, der läuft wirklich durch die Wohnung. Und wenn das Licht ausgeht, muss ich einfach zum anderen Spot gehen. Okay, der kann den Dinger speichern zumindest. Das ist gut. Aber hier ist doch gar nicht... Hier ist doch hell. Bloonies. He has a half pretty eyes. Okay. Ist hier irgendwas? Nö. Rrrr. Reichen zwei Augen? 2 plus. Hab ich das Ding schon gemacht? Ja, ne? Ja, das hab ich gemacht. Äh... Wo war das Kinderzimmer? Hier um die Ecke. Soll ich den beiden einfach mal reinwerfen und gucken, ob es reicht? Ich denke nicht. Wahrscheinlich brauche ich alle, ne? Es wirkt ein bisschen wie der Endboss, ne? So, Grandma war nicht so sick. Das Ding ist, was wirklich sie tönt hat. Das ist leider gereicht. Es ist dunkel. Oh. Alright. Ich muss nicht warten, dass irgendwas passiert, oder? Ich muss irgendwie einfach hier raus. Kann ich hier raus? Ich muss die Decke fotografieren. Nein. Ich muss hier den Boden nochmal... Hier ist einfach ein Geräusch. Hier ist nix. Warte. Ich muss den Boden fotografieren. Da passt nicht gar nix, oder? Was? Ach, ne. Diesmal... Okay. Okay, der ist... Bin ich verletzt? Anscheinend, ja. Anscheinend stark. Aber was hab ich jetzt noch bekommen? Das Buch? Warum? Ich glaub, das ist meine Oma, die meinen Namen ruft, ne? Irgendmal wieder. Wahrscheinlich wollt ihr mich halt davor warnen, vor dem Ding. Warte! Grandmar, warte! Oh nein, ich kann nicht mehr auf dem Dach holen. Ja, ja, damit ich nicht den falschen Weg gehe, ne, dann guck mal, ich spars mir viel Zeit. Ah, jetzt mach ich wahrscheinlich das Ritual, ne. Äh, ich ralle immer noch nicht, was Blue Nies mit irgendwas hiervon zu tun hat. Es ist einfach, gibt es halt einfach ein Monster gleichzeitig in der Welt hier? Äh, hängen wir uns. Wahrscheinlich. Kannst die Kamera nicht verwenden. Keine Ahnung. Äh. Weiß ich nicht. Geht ihr raus? Nein. Kann ich jetzt hier durchgucken und sehe vielleicht einen neuen Code oder so? Ne, kann ich nicht mehr. Hab ich irgendwo, ich hab doch keinen Code gelernt jetzt, oder? Weil da hab ich... Hab ich noch Fotos? War bei dem letzten irgendwas zu sehen? Ich hab's einfach nicht... Und? Wann hab ich denn hier denn burger? Wann hab ich die gemacht? 1, 6, 5, 4? Was ich gesucht habe. Kannst du das nehmen? Ich glaube, du hast es nicht mehr. Fällt es doch besser so. Ich stirb lieber. Wahrscheinlich für alle Beteiligten besser, als wenn du den Scheiß zu Ende machst. Hast du gemalt? Dads Kopf wird also doch nicht benötigt. Wir können uns selbst opfern. Ist meine Oma hier in der Ecke und redet die ganz von mir? Ich sehe aber nichts. Kann ich die Ohren noch nehmen? Dann kann ich nicht. Kann ich mich jetzt aufhängen? Oder muss ich ein Foto wieder? Dann kann ich nicht. Soll ich raus? Ich versuche doch hier... Ah, irgendwie was? Oh Gott... Achso, ein Foto davon machen müssen. Ja, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Okay... That didn't... metres nach pole! Oh, oh, oh. Ich schätze Blutnis soll der Dämon sein, aber was hat sie mit dem Buch auf? Haben die vielleicht das mit dem Buch in das Haus geholt? Wahrscheinlich, ne? Ist das aus irgendeinem Grund der Dämon an dieses Buch gebunden war und damit haben sie das... Ja, aber warum denn diese ganze Kindergeschichte und so? Vielleicht hat der Dämon es absichtlich gemacht, damit es irgendwie, keine Ahnung, mehr wie ein Kinderbuch wirkt, aber dann hätte man auch vielleicht ein weniger gruseliges Buch nehmen können, aber okay. Ich schätze, wir sind tot und wurden übernommen von ihm. Ja, 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 ja. Warum ist das Spiel Madison? Meine erste Frage. Ja, das sind nicht wir, ja. Das ist kein gutes Ende. Wir haben zwei Folgen bekommen. Moment. Komplettet Game und... Ja, äh... Ziemlich gut, ziemlich gut. Ich muss doch sagen, die Story fand ich eher schwach. Es wirkte sehr viel, als ob man einfach das Gameplay im Kontext der Story fast keinen Sinn ergeben hat. Es war halt einfach nur halt ein Puzzle und eine Horrorumgebung, die irgendwie aneinandergereiht wurden. Damit hätte irgendwie... Ja, äh... Die Sachen, die man gemacht hat, haben wir nicht wirklich Sinn ergeben. Das war völlig egal. Aber als reines Horrorspiel war das ziemlich solid. Ich würde es ganz kippen. Das ist sehr laut, aber ich glaube, ich glaube, ich gebe es ein Ding aber trotzdem tatsächlich eine 8. Ich fand es grundsätzlich sehr gut. Ich fand den Part in der Mitte mit dem komischen Nazi-Doktor. Das war... Das war... Das war der Low-Punkt des Spiels. Ich finde, es hätte man komplett rausschneiden können. Das Spiel wäre einfach besser gewesen. Denn, ähm... Es ist ein bisschen kompakter und ein bisschen stimmiger alles gewesen. Amgegen Ende gab es leider auch ein paar Momente, die einfach... Ja, ich meine halt, durch die komplette Hauslaufen, Sachen einsammeln, mehrmals am Stück. Das ist halt so... Kann man alles ein bisschen kürzer, ein bisschen kompakter, ein bisschen stimmiger zusammenfassen. Aber trotzdem... Es war sehr, sehr hochwertig. Äh, es war sehr gut. Abgesehen von ein paar Problemen, die das Spiel hatte. Die Story war... Naja... Naja... War okay. Aber ich finde, das Opening des Spiels in generell so die erste Stunde war sehr, 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 sehr stark. Es hat da wirklich so ein Resident Evil 7 Puzzle House Flair gehabt, wie er da am Anfang das Spiel so in der Demo oder so. Das hat sehr viel Spaß gemacht, das Spiel. Es war sehr gut. Es war sehr atmosphärisch. Sehr spooky noch zu dem Zeitpunkt. Mit solche Extras dazu. Kameraskins. Keine... Wie viel Schreibt man den frei? Ach, der muss jetzt ein DLC, ne? Ja, okay. Ähm... Rot, Blau. Eben Sammelgegenstand. Äh, klar. Fällt uns denn? 500 Fotos im Atem, der hat ganz sicher nicht. Überlebe den gesamten Kathedralenabschnitt. Ja, sicher nicht. Überlebe den gesamten Abschnitt Bluenies, der hat sich auch nicht. Blende Bluenies fünfmal. Ja, Speedrun-Abschnitte. Tunnel-Abschnitt weniger als drei Minuten. Ja, okay. Wie ich das Spiel habe, mache ich 75 Fotos oder weniger? Äh, okay. Verstehe schon. Achso, ich habe es in unter sechs Stunden gemacht. Okay. Alles klar. Ja. Äh. Ja, also das Spiel hatte Potenzial, richtig, 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 richtig gut zu sein. Hat es leider ein bisschen verspielt durch ein paar zu lange Abschnitte. Äh, äh. Äh, viel zu viele Jumpscares. Vor allem im Mittel- und Endteil. Das Bluenies-Segment war sehr, 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 sehr stark. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen ausbauen können. Wenn man zum Beispiel, während man diese Dinger gedrückt hält, die Tür im Blick halten muss oder sowas. Und ab zu, wenn das Licht ausgeht, muss man das Licht wieder anmachen in bestimmten Bereichen oder sowas. Weil sowas dann einfach nur, ja, okay, ich halte was gedrückt. Äh. Und hoffe, dass es halt einfach nicht kommt. Und wenn ich es loslasse, muss ich ja von vorne anfangen. Deswegen war es halt, es ist einfach nicht wert, äh, die Musik einmal loszulassen. So weit von dann. Aber im Prinzipiell war das sehr, sehr stark. Vor allem, weil man halt wusste, okay, das Ding ist jetzt wirklich in dem Gebiet mit mir zusammen. Das war gut. Das hat ziemlich gut gemacht. Ähm. Die Kamera als Element. Das Spiel wirkt so, als ob sie halt am Anfang die Story mit Madison hatten. Und sich dachten, okay, das ist die Kamera von dieser Madison und die halt halt irgendwas gemacht. Und da haben sie im Laufe des Spiels gedacht, nee, wir brauchen noch irgendwie ein cooles Maskottchen. Irgend so ein Monster-Ding, was die gut vermarkten können. Dann haben sie dieses Bluenies-Ding erschaffen, irgendwie ein bisschen mit reingebottet. Und dachten sich, hey, komm, wir machen das Spiel noch größer. Bringt vielleicht noch so einen Kathedralenabschnitt mit rein. Und dann ist es halt irgendwie im Endeffekt größer geworden, als wahrscheinlich die Ursprungsidee des Spiels war. Und da haben sie halt irgendwie alles zusammen gemixt. Und versucht irgendwie halt ein Horror-Game einzubauen. Vielleicht ist es nicht so, aber ich finde, es wirkt zumindest sehr so, als ob das halt sehr viele Ideen sind, die ja wahrscheinlich im Laufe der mehreren Jahre Entwicklungszeit, die sie dafür gebraucht haben, sich immer mehr aufgestapelt haben, versucht haben, in ihr eine Spiel einzubauen. Weil ich meine, wenn man in fünf Jahren im Spiel arbeitet, hat man wahrscheinlich im ersten Jahr völlig andere Ideen und ist noch einen völlig anderen Entwickler, als man halt im fünften Jahr ist, wo man halt das Spiel abschließt. Die werden ja nicht im fünften Jahr irgendwie noch wahrscheinlich komplett neue Elemente zu erfunden haben. Ein paar kurze vielleicht. Aber ich denke mal, die Story und die groben Ideen werden in den ersten paar Jahren entstanden sein. Ja, es hätte dem Spiel nicht geschaden, wenn es ein, zwei Stunden kürzer gewesen wäre und da vielleicht nur die wirklich sehr starken Segmente gehabt hätte. Ich glaube, es wäre einfach nochmal cooler gewesen, wenn es einfach nur, nur das Haus und von mir ist halt ein paar Alttraumsequenzen, wenn wir am Ende einfach durchdrehen und vom Dämon übernommen werden, gehabt hätte und dieses größere Kellerelement, wo man da irgendwie rumschleichen musste bis zur Kathedrale, alles weg. Das hat im Spiel absolut gar keinen Bonus gegeben. Ja, Story wie gesagt, Story ist mittelgut. Ist halt mittel zum Zweck, mehr oder weniger. Scarce waren, ich hatte nie wirklich richtig, also abgesehen vom Anfang, wo die Atmosphäre noch stark war, hatte ich nie Angst, weil einfach die Jumpscares es ziemlich versaut haben, leider. Es waren einfach zu viele, der Jumpscare-Sound kam auch jedes Mal, wenn man von irgendwas ein Foto gemacht hat. Das war ein bisschen, aber trotzdem allgemein war es eine sehr gute Experience. Wie gesagt, 8 von 10 würde ich geben, das höher ist, als ich dachte. Ich hätte gedacht, es wäre so 7 bis 7,5, bevor ich es gespielt habe, als sie angefangen haben, dachte ich, okay, stark, wirklich stark. Aber es hat, wie gesagt, ein bisschen zu viele Sachen gemacht, die es mir ein bisschen runtergezogen haben und trotzdem im Großen und Ganzen, für ein Mainstream-Horror-Game hat das alles richtig gemacht. Also in so einem Genre, in diesem Mainstream-Horror-Genre machst du halt einfach viele Jumpscares rein, damit es halt dann die breite Masse und so anspricht. Dafür hat es wirklich sehr viel gut gemacht. Ich meine, das ist mehr oder weniger das, was ich mir von einem Mainstream-Horror-Game erwarte. Ich meine, klar, wie gesagt, weniger Jumpscares wäre cool, aber das ist halt mehr oder weniger das Leiden des Subgenres, dass man halt eine große, vielleicht nicht unbedingt super Horror-Gemeinschaft ansprechen will, die Leute ansprechen will, die halt ab und zu mal nur Horror-Game spielen, dann ist das wahrscheinlich schon so ziemlich gut gemacht. Ja, äh, grundsolide bis sehr gut. Irgendwo dazwischen, ähm, die guten Segmente des Spiels waren sehr, 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 sehr gut. Die Schwachen waren, äh, Unterdurchschnitt, würde ich sagen. Aber trotzdem, es hat Spaß gemacht. Und das war Madison, schreibt ihr in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt. Ich bin sehr gespannt. Und dann lasst ihr mir bitte einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr hiermit Spaß gehabt habt. Bis dann, Leute. Bye, bye.